Sei gegrüßt Gregor, du hast letztens in deinem, oder ich weiß nicht, ob du oder Karl oder Nathan das gesagt haben, aber ihr habt letztens behauptet, der gute Outlaw wäre rechtsradikal. Wie kommt ihr da drauf? Naja, er verhält sich manchmal wie einer. Aber das habe ich ihm auch privat gesagt. Ich bin ja im Austausch mit Outlaw und er sagt ja, okay, er kann nachvollziehen, wie wir zu dem Schluss kommen. Weil das Ding ist, ich kann ja nicht in seinen Kopf reinschauen, wie du ja auch nicht. Und ich auch nicht in deinen Kopf schauen kann. Das heißt, ich kann nur vom Verhalten, das eine Person an den Tag legt, Schlüsse ziehen. Also Moment mal, du hast gerade gesagt, er hätte dir privat bestätigt, dass er sich wie ein Rechtsradikaler verhielt. Nein, da können wir ihn dann gleich nochmal fragen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass er unser Kriterium versteht. Er findet nicht, dass er unserem Kriterium entspricht. Ich habe nur gesagt, dass ich mich da mit ihm verständigt habe und dass er auch Problematiken sieht. Nicht, dass er da an sich ist, er ist ein Rechtsextremist, sondern nur, dass er versteht zumindest, wo ich herkomme in meiner Bewertung. Ja, wo kommst du denn her in deiner Bewertung? Das hast du in dem Talk nämlich nicht gesagt. Ja, dass er manchmal sich wie ein Rechtsradikaler verhalten hat. Was hat er denn Schlimmes Rechtsradikales gesagt? Ich moralisiere das nicht. Ich stelle das fest. Also ich möchte das gar nicht jetzt mit böse oder gut konnotieren. Ich finde, dass das Gespräch, das er mit dem Schattenmacher gehabt hat, ich meine, du bist dir sicherlich bekannt aus deinem Gespräch mit Bartonek, was für eine Figur der Schattenmacher ist. Und das finde ich, hat er sehr unkritisch geführt und hat dann auch im Nachhinein gesagt, dass er nicht wirklich gewusst hat, wer der Schattenmacher ist. Und ich finde, das ist problematisch. Also weil Outlaw ein freundliches Gespräch mit dem Schattenmacher geführt hat, ist Outlaw jetzt ein Rechtsradikaler? Nein. Nur, dass er sich wie einer verhält. Also ist der einer? Nein. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich rede anders. Ich kann verstehen, wieso ein Karl oder ein Nathan so redet. Ich rede so nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich prinzipiell nicht verstehen kann, wieso sie so reden. Und ich finde, es ist sinnvoll, das Kriterium anzulegen. Es ist, finde ich, sinnvoller. Zu sagen, er verhält sich wie ein Rechtsextremist, deswegen rede ich so, oder rechtsradikaler, was auch immer. Als zu sagen, das ist ein Rechtsradikaler. Und das kann ich jetzt irgendwie beweisen, weil das kann ich natürlich nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, was eine Person denkt. Ja, aber welches Verhalten macht ihn jetzt spezifisch rechtsradikal? Ja, dass er ein Gespräch mit dem Schattenmacher geführt hat und es so geführt hat, als wäre das ein normaler Demokrat, der kein Eugeniker ist, zum Beispiel. Also ich finde, es wäre schon relevant, einen Menschen, der, ich bin mir sicher, du weißt, was der Schattenmacher gesagt hat, du hast dich mittlerweile informiert. Wenn jemand solche Takes bringt, ist es relevant, schon zu fragen, hey, du hast das und das gesagt, wieso, oder wie stehst du dazu? Und wenn man ein Gegner ist von, man kann ja mit dem Schattenmacher reden, aber man sollte zumindest sagen, hey, ich weiß nicht, ob ich deine Aussage, manchmal ist Massenmord eine adäquate Reaktion auf ein Problem. Das hat er so nicht gesagt, wie du das gerade implizierst. Ich kann gern das Zitat raussuchen, wenn du möchtest. Du kannst das raussuchen, na, da führt er ein Gedanken von Adorno weiter. Aber das brauchen wir jetzt nicht vertiefen an der Stelle. Das irgendwelche aus dem Kontext gerissenen Zitate, das kennen wir von euch schon zu Genüge. Aber nochmal zu deinem anderen Punkt. Nee, nochmal zu deinem anderen Punkt. Da haben wir tatsächlich ein Problem, wenn wir offensichtliche Sätze, die so gemeint sind, wie sie gesagt werden, nicht als das nehmen wollen, wie sie gesagt werden. Das finde ich, das gibt einer Person, die ziemlich klar ist in dem, was sie kommuniziert, zu viel Spielraum. Also es ist wirklich nicht so, als wäre es beim Schattenmacher mehrdeutig, was genau er mit der Aussage, manchmal ist Massenmord eine adäquate Reaktion, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie er es gesagt hat. Aber dieser Sentiment, der ist jetzt nicht ein Versehen. Und das ist auch nicht ein einmaliges Phänomen. Ich kann dir das Zitat erklären. Das ist schon ein treibendes Motiv in seinem Content. Ich kann dir das Zitat erklären. Also Adorno argumentiert in der Dialektik der Aufklärung. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe mir einen Vortrag dazu angesehen. Gut, dann wirst du ja sogar mich korrigieren können, wenn ich falsch lege. Adorno beschreibt dort, dass diese immer weitergehende Rationalität, dass das auch eine Schattenseite hat. Und dass das auch mit Auschwitz zu tun hat. Liege ich bis hierhin falsch? Ganz einfach gesagt, ja. Also nein, ganz einfach gesagt hast du recht. Also gut, gut. Und diese Schattenseite, auf die rekurriert der Schattenmacher mit diesem Zitat? Das Entmenschlichende von der bis zum Ende durchgeführten Rationalität, das hat auch Kant schon erwähnt in seiner Kritik der reinen Vernunft. Es geht einfach darum zu verstehen, ja, Wissenschaft, Rationalität ist gut, aber das darf nicht blind geschehen, sondern man braucht einen gewissen Wertekompost. Bei Kant ist es ein Universalismus, es kann auch anderer sein, der das leitet. Und wenn man sich vollständig von dem entfernt und kein Wertekonstrukt an die Mitte, also ins Zentrum seines aufklärerischen Handelns setzt, dann kann man sich alles Mögliche rationalisieren. Und das ist so das Argument. Genau, und darauf bezieht sich der Schattenmacher mit dieser Aussage. Und ich sollte jetzt wirklich glauben, dass der Schattenmacher sich positiv auf Erdorn bezieht. Und vor allem, die Sache ist, wenn er dem zustimmt, dann ist er ja genau das Problem. Nämlich derjenige, der diese Aufklärung betreibt. Ich würde das in Anführungszeichen setzen, weil ich tatsächlich diesen Strang der Aufklärung nicht als Dominant erachte mittlerweile. Aber wenn er sich darauf positiv bezieht, dann ist er ja genau die Person, die dann tatsächlich in den Faschismus führt. Weil genau dieses Denken, dass man an nichts Halt machen kann und dass alles einer wertfreien, das ist ganz wichtig, Vernunft unterzogen ist. Und dass es vollkommen egal ist, welches Ziel man damit verfolgen will, sondern einfach nur Vernunft und Aufklärung als Selbstzweck, ohne irgendwie einen Wertekompass zu haben. Das führt ja genau an den Faschismus. Und wenn er das affirmativ aufnimmt, dann kann ich sagen, ja okay, danke für die Ehrlichkeit. Du erfüllst jetzt genau die Kriterien, die Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung als ausschlaggebend für den Faschismus machen. Also, wie du es drehen und wenden willst, Schattenmacher ist ein Faschist. Das ist eine Frage, die du mit ihm diskutieren musst. Dafür kenne ich jetzt seine Position zu wenig. Annehmen wir mal die Eugenik. Nee, kommen wir zum ursprünglichen Punkt zurück. Wir verzentern uns hier gerade in der Detailfrage. Das sind alles Fragen, die du, glaube ich, mit Schattenmacher direkt debattieren solltest. Du hattest ja in deinem Gespräch mit Karl und Neitern gesagt, dass du zu so einer Debatte bereit wärst. Also, lade ihn doch gerne mal ein. Nee, aber kommen wir zurück zu dem, was du zu Outlaw gesagt hast. Ja, muss ich mir überlegen, ich glaube, das ist ein sehr hasserfüllter Mensch. Es triggert mich tatsächlich sehr, wenn gewisse Menschen mit dem Tod anderer Menschen kein Problem haben. Das ist tatsächlich für mich ein Grund, wo ich sage, also, ich rede gern, aber manche Gespräche... Mit Neitern hast du kein Problem. Ja, weil ich das in ihm nicht sehe. Doch, Neitern hat das offen im Gespräch gesagt. Er hat gesagt, es sei ihm scheißegal, wenn Nazis tot seien. Achso, nein, das ist etwas anderes. Da geht es um die Dinge. Nazis sind keine Menschen, oder was? Ich würde es im übertragenen Sinne denken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der extremsten Version davon damit d'accord gehe, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob man sagt, jemand gibt einen Teil seiner menschlichen Würde. Nicht die ganze... Also, man kann nicht... Ich finde nicht, dass man mit irgendetwas, was man tut oder sagt, seine Menschlichkeit aufgibt. Aber wenn jemand sagt, wenn jemand wie Neitern sagt, dass eine Person, die sich zu einer Ideologie entscheidet, die bewusst, also die bewusst, was heißt, die darauf ausgerichtet ist, schwarze, queere Personen, Juden auf der ganzen Welt auszulöschen, damit nur mehr man selber als arisch imaginierte Rasse existiert. Und wenn jemand sagt, das ist ein Leben, wo ich nicht traurig bin, wenn es das nicht gibt, ja, dann kann ich dem zustimmen. Ich finde, das ist etwas anderes, ob ich sage, eine Person sorgt mit ihrer Ideologie dafür, dass andere Menschen in den Tod gehen. Und deswegen mag ich sie nicht und deswegen habe ich weniger Sympathie für sie, als wenn jemand sagt, wie ein Nazi zum Beispiel, du hast einen jüdischen Hintergrund, okay, kannst doch gern sterben. Also, das finde ich einen qualitativen Unterschied, weil das eine kann man verändern. Man kann aufhören, ein Nazi zu sein und dann habe ich mit der Person kein Problem mehr. Ich meine, vielleicht diskutiere ich mit der Person. Aber man kann halt nicht aufhören, in der Wahrnehmung von einem Nazi jüdisch zu sein oder POC zu sein. Das kann man halt nicht beenden. Und ich finde, das ist schon ein relevanter Unterschied. Ja, die Frage ist, wen Naitan alles als Nazi sieht. Also, er meinte, es störe ihn nicht, dass zum Beispiel Nawalny tot sei. Aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht zu vertiefen. Da müsste Naitan wahrscheinlich selber mal auch... Ja, da müsste, wie gesagt, da stimme ich zu, aber trotzdem sollte auch Nawalny Menschenrechte haben. Aber auch Rechtsextremisten sollten meiner Meinung nach Menschenrechte haben. Nein, klar. Nein, klar. Ich sage auch nicht, dass man sie umbringen soll. Ich sage nur, dass ich nicht traurig bin. Und wenn wir uns ehrlich sind, ich bin nicht über jeden Tod traurig. Also, Henry Kissinger kann ich vielleicht noch hervorheben. Ein Mensch, der während seiner zwei Amtszeiten, wo er als Außenminister tätig war, so viel Leid und so viel Tod nach sich gezogen hat. Muss man sich nur mal Kambodscha anschauen, was da passiert ist. Da war ich nicht traurig, wie der gestorben ist. Und wenn wir uns ehrlich sind, wir alle kennen irgendwelche Menschen. Und wenn ich mal deinen Chat frage, ich glaube, ich kenne da auch ein paar Menschen, wo sie nicht traurig sind. Ich denke an den Klaus Schwab oder so. Was soll denn diese Unterstellung jetzt schon wieder... Ich kenne ja ein paar Leute aus deinem Fan. Ja, ja. Da kommen wir zurück zu dem anderen Punkt, den du gerade gebracht hast, wovon wir gerade abbekommen waren. Also, dein Vorwurf an Outlaw ist, dass er mit dem Schattenmacher nicht über Eugenik geredet hat. Habe ich das richtig verstanden? Nein. Das ist ein Ausdruck des Problems. Ja, dass er ihn nicht auf die problematischen Ansichten, die er hält, angesprochen hat. Also musst du, wenn du eine... Sorry, sorry. Naja, schau her. Ich finde, dass das schon wichtig ist. Weil, wenn ich jetzt eine Person habe, die nehmen wir mal an, dass der Schattenmacher ein Faschist ist, ein Eugeniker, einer, der Menschen in unterschiedliche Rassen einzeilt und sagt, die weiße Rasse ist allen anderen überlegen. Wenn ich diese Person in einem Gespräch mit mir habe und ich rede mit der Person über das Wetter und dann finden wir heraus, ach so, nein, Fußball schauen wir ja auch beide gern. Und er ist, ich weiß auf Österreich, er ist Rapid-Fan, ich bin Austria-Fan und wir haben da so ein bisschen ein joviales Hin und Her. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Was ist dann das Ergebnis? Ich habe eine Person, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Hautfarbe als weniger wertvoll einschätzt, dargestellt als jemand, der so ist wie du und ich. Und ich finde, dass es aber schon relevant ist, wenn eine Person sich gegen die Menschenwürde von Menschen, die sie nicht mag, so fundamental stellt, das ist relevant zu erwähnen. Und dass er das nicht getan hat, ist, finde ich, etwas wofür er sich Kritik einheimsen muss. Wofür Kritik erfahren muss, ganz klar. Nee, eindeutig nicht. Also, die haben nicht über das Wetter und so geredet. Keine Ahnung, ob da jetzt einzelne Fragen drin vorkamen, das muss man ja immer dazu sagen. Ihr unterstellt einem ja sonst, dass man lügen würde, wenn man... Aber das Hauptthema des Gesprächs war tatsächlich der Walkismus, am Beispiel Shuyoka. Und darüber haben sie relativ lange geredet. Und ja, ihr könnt euch ja alle das Gespräch anhören. Der Schattenmacher hat da seine Gedanken zu mitgeteilt. Und Outlaw hat da, soweit ich mich erinnere, eine liberalere Position als der Schattenmacher treten... Das ist aber nicht schwer. Ja, aber das zeigt doch, dass sie da eben diskutiert haben... Schattenmacher ist auch liberaler als Hitler. Also, es kommt immer auf den Vergleich drauf an. Obwohl, weiß ich... Nicht viel, aber schon. Also, der Marsch... Also, ich finde, es ist keine Leistung. Und ich glaube auch, dass der Outlaw das jetzt nicht als irgendwie... Dass er sich das jetzt nicht in den Lebenslauf schreiben wird, dass er weniger rechtsradikal war als der Schattenmacher in seinem Gespräch. Also, es geht jetzt nicht darum, ob Outlaw hier eine gute Leistung hingelegt hat. Es geht um die Frage, ob Outlaw sich wie ein Rechtsradikaler verhält. Das hast du gerade behauptet. Nochmal meine Frage, wie kommst du darauf? Ich finde, wenn er mit einem Rechtsradikalen spricht, der... Ich muss nicht alles wiederholen, was der Schattenmacher glaubt, und nicht darauf zu sprechen kommt, und sie sich dann im Endeffekt einig sind, ja, Wokeness, Cringe, Shioca, Cringe und Punkt, dann ist das, finde ich, eine... sehr, 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 sehr vorteilhafte Darstellung von einem Menschen, wo ich finde, der sollte gar nicht im politischen Diskurs stattfinden, wenn man das deutsche Grundgesetz ernst nimmt. Das kann ich sehr leicht argumentieren. Und ich finde, dass er... Aber laut euch ist auch Outlaw ein Rechtsradikaler, und laut euch dürfte man dann auch mit Outlaw nicht freundlich reden. Nein. Schlussfolgericht das gerade richtig? Nein, nein, nein. Doch, doch, das ist die logische Schlussfolge aus dem, was du hier gerade vorträgst. Weißt du, wieso ich den Schattenmacher, warum ich der Ansicht bin, dass er nicht im politischen Prozess teilhaben sollte? Nicht, weil er ein Rechtsradikaler ist, sondern weil er dem ersten Satz im deutschen Grundgesetz, also die Würde des Menschen ist unantastbar, weil er dem explizit widerspricht. Weil für manche, also bei manchen Menschen ist die Würde antastbar. Das sind zum Beispiel Minderheiten. Oder schwarze Menschen, was auch immer er sich in seiner Rassenhierarchie imaginiert. Und das ist ein fundamentales Problem. Das findet ihr doch auch. Meine Einschätzung... Also Karl hat gesagt, Nazis sollten in Löcher getrieben werden. Also für euch ist die Menschenwürde doch offensichtlich auch antastbar. Ja, wenn man das so interpretieren will. Erstens einmal interpretiere ich es nicht so. Und zweitens ist es, finde ich, ein fundamentaler Unterschied, ob man sagt, es gibt Menschen, die gewisse legale Rechte verspielen. Ich würde nicht sagen, dass man die Menschenwürde überhaupt irgendwann verspielen kann. Ich weiß auch nicht, ob Karl das jetzt so explizit sagt. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob man sagt, jemand ist aufgrund seiner Ideen nicht berechtigt, an unserer Gemeinschaft teilzunehmen. Damit will ich nicht rechtfertigen, dass man sie umbringt. Nein, das sage ich nicht. Oder ob man jetzt sagt, nein, die Person ist jüdisch, die gehört einer große Anführungszeichen minderwertigen Rasse an. Und deswegen möchte ich mich gegen sie wenden. Das sind fundamentale Unterschiede. Ich möchte nochmal hervorheben, weil nicht, dass das irgendwie jetzt so verstanden wird. Es geht nicht darum, was ich als rechtsradikal achte oder nicht. Das ist für mich kein relevantes Kriterium, weil es ist natürlich subjektiv. Wenn es mir darum geht, zu argumentieren, wieso jemand nicht an politischen Prozess teilnimmt, dann versuche ich auf möglichst eindeutig zu interpretierende Tatsachen mich zu stützen. Unter anderem, wenn jemand expliziter Verfassung widerspricht, sollte das, finde ich, überhaupt nicht kontroversiell sein. Also Rassenideologie und zu sagen, eine Person ist mehr oder weniger wert aufgrund ihrer Hautfarbe, das ist nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Also das ist, ich verstehe nicht, siehst du das auch so wie ich oder wie siehst du das? Ja, es kommt darauf an, was für konkrete Forderungen man dann daraus ableitet. Und ja, was ich da beim Schattenmacher gehört habe, das war definitiv, jetzt lass mich doch mal ausreden. Ich wollte doch gerade was zum Schattenmacher sagen, jetzt lass mich doch erst mal ausreden. Jetzt lass mich doch erst mal ausreden. Jetzt lass mich doch erst mal ausreden. Ich wollte gerade sagen, das, was ich beim Stream des Schattenmachers gesehen habe, wo ich darauf reagiert habe, das widerspricht definitiv dem Grundgesetz. Da sind wir einer Meinung. Ja, aber auch solche Leute, mit solchen Leuten sollte man diskutieren, mit solchen Leuten sollte man sich argumentativ auseinandersetzen. Nein. Ab dem Zeitpunkt, wo man ein Verfassungsfeind ist, hat man nicht mehr einen Anspruch, also man hat schon einen Anspruch auf die Menschenwürde, aber man hat nicht mehr Anspruch auf alle Rechte, die eine Demokratie einem bietet. Unter anderem jetzt die Freiheit. Also jemand, der explizit ein Verfassungsfeind ist, darf nicht zu Wahlen nominiert werden. Ich weiß nicht, wie in Deutschland das Gesetz ist. Ich weiß, dass in Österreich, wenn du gegen das Wiederbetätigungsverbot verstoßen hast, dann darfst du für eine gewisse Zeit nicht wählen. Du darfst dich auch für eine längere Zeit nicht in Parteien zur Wahl aufstellen lassen. In ganz schlimmen Fällen, glaube ich, kannst du lebenslang von als möglicher Amtsinhaber ausgeschlossen werden. Also das ist schon eindeutiger Konsens jetzt in der Rechtsprechung, dass es gewisse Dinge gibt, wenn man gegen die Verfassung eines Landes verstößt, dann kann man rechtmäßigerweise, und ich finde auch nicht nur rechtmäßig, sondern auch moralisch vollkommen vertretbar, von diesem politischen Prozess ausgeschlossen werden. Und das würde ich beim Schattenmacher argumentieren. Ja, die Frage ist, wann bist du gegen die Verfassung? Wenn du die Schuldenbremse ablehnst, bist du dann gegen die Verfassung? Nein. Wie steht denn die Verfassung? Ich weiß, aber ich würde das anders interpretieren. Also es gibt ja gewisse Grundsätze. Das wären unter anderem die gewesen, die man in die europäische Verfassung schreibt, also im Menschenrechtskatalog. Ich finde, dass es gewisse Punkte in der Verfassung gibt, wo man sagt, ja okay, du bist ein Verfassungsfeind, unter Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob du ein Verfassungsfeind bist, wenn du sagst, du solltest die Verfassung ändern. Also da würde ich jetzt auch noch eine Unterscheidung machen. Aber ich finde jemand, der sagt, naja, wir sollten die Verfassung dahingehend ändern, dass die Würde des Menschen nicht mehr unantastbar ist. Ich finde, es ist legitim, diese Person als Verfassungsfeind zu bezeichnen. Jemand, der sagt, Schuldenbremse ist scheiße. Also ich finde, wenn ich das Verfassungsfeindlichkeit nenne, dann ist das inflationär gebraucht. Das würde ich nicht so sagen. Ja, wieso ist das eine jetzt verfassungsfeindlich und das andere nicht? Also weil das eine in den ersten 20 Artikeln steht. Ist das jetzt deine formale Begründung? Oder weil deine persönliche Moral das anders gewichtet? Nein, ich würde eher strukturell argumentieren. Weil die ganze Verfassung baut auf dieser Werte, auf diesem Wertekatalog auf. Das ist das, wenn die Verfassung das Fundament ist, dann ist dieser Grundwertekatalog das Fundament des Fundaments. und das sind tatsächlich die Basics, auf die wir uns als aufgeklärte Menschen auf jeden Fall einigen müssen, dass wir nicht unterscheiden dürfen in der Wertigkeit von Menschen. Ja, das meinte ich ja. Ich habe erste 20, sind glaube ich die ersten 19 Artikel, wo die Grundrechte drinstehen. Nein, aber es geht mir nicht um die Zahl, es geht mir eher um die Struktur, die ein gewisser Paragraf im Grundgesetz einnimmt. Das können von mir aus auch 17 oder 21 sein. Die Zahl ist mir wurscht, es geht eher darum, welchen Platz sie einnimmt. Und die fundamentalste davon ist eben die Menschenwürde. Und jemand, der das systematisch hinterfragt, hat einfach aus meiner Sicht keine Berechtigung daran, am politischen Prozess teilzuhaben. Würdest du denen zustimmen? Ja oder nein? Das kommt darauf an, was für konkrete Forderungen er daraus ableitet. Wenn du sagst, ich will Paragraf 1 abschaffen, aber die körperliche Unversehrtheit Menschenwürde, wir nennen das dann anders, die gewährleisten wir anders, dann wäre das ja einfach eine andere Regel. Oder wir schützen das sogar noch besser, dann würdest du das ja auch ändern wollen, aber dann wäre das ja nicht. Meinst du, ein Schattenmacher versteht das so? Nein, ein Schattenmacher nicht, aber ich meine nur, du willst jetzt von mir irgendeine Pauschalaussage hören, die, ja, unter dir jetzt beispielsweise auch jeder Kommunist fallen würde. Nein, ein Kommunist würde das nicht treffen. Doch, Kommunisten sagen auch, Menschenrechte, die brauchen wir nicht. Okay, erstens einmal gibt es nicht die Kommunisten, es gibt viele Kommunisten, genauso wie es viele unterschiedliche Kapitalisten und Sozialisten gibt. Weil es Kommunisten gibt, die das sagen, ja, schließen wir auch genauso vom politischen Prozess aus, habe ich überhaupt kein Problem. Das ist einfach eine Basis, die man nicht überschreitet. Also 99 zu 1 und GSP, die würdest du verbieten? Ich weiß nicht, wie die dagegen widersprechen. Ich meine, kannst du mir gerne dann privat schicken. Wenn die in einer Art und Weise, wie ich es jetzt hier gerade formuliert habe, dass sie sagen, die Würde von Menschen, die mir nicht gefallen, die haben ihr Recht auf Menschenrechte verspielt, wenn die das so sagen, dann ja. Nein, die lehnen den bürgerlichen Staat ab, der diese Rechte garantiert. Ach so, das ist was ganz was anderes. Weil dann lehnen sie sich, dann lehnen sie nicht die Prinzipien ab, sondern die Art und Weise, wie diese Prinzipien umgesetzt werden. Das ist ein Unterschied. Das ist sogar ein sehr großer Unterschied. Und ich würde ihnen da sogar zustimmen. Dass wir derzeit unser bürgerlicher Staat, ich bin mir sicher, da würdest du mir in gewissen Punkten zustimmen, der setzt die Menschenrechte nicht immer ganz wunderbar um. Selbes trifft auch auf die EU zu. Da muss man sich nur anschauen, wie die Menschen behandelt werden, die aus Kriegsgebieten flüchten und entweder im Mittelmeer ersaufen oder dann in Tunesien, nach Tunesien abgeschoben werden, wo lange Zeit schon dokumentiert wurde, dass Flüchtlinge dort körperlich missbraucht werden. Viele sterben dann, sobald sie dort an Land gehen, einfach weil sie dafür bestraft werden, fliehen zu wollen. Und nur weil ich jetzt sage, ich finde es furchtbar, wie wir unter großen Anführungszeichen diese Menschenrechte umsetzen, lehne ich diese Menschenrechte nicht prinzipiell ab. Ist ein sehr großer Unterschied. Ich habe dir das Video gerade geschickt, dazu gibt es sogar noch einen zweiten Teil, das ist ein drei Stunden Videomaterial, kannst du ja darauf reagieren, wenn du dich dafür genauer interessierst. Ich kenne auch einige postkoloniale Theorien, die sagen, dass die Menschen, also dass die Erfindung der Menschenwürde für den Kolonialismus verantwortlich ist. Und dieser Aussage widerspreche ich auch. Und ich würde auch sagen, dass das eine sehr problematische Aussage ist, weil sie eben das Grundmenschliche leugnet. Und ich habe auch mit diesen Menschen, also mit diesen Menschen, mit diesen Ansichten, im Abstakten, sehr große Probleme. Aber ich finde trotzdem, dass es etwas anderes ist, eine Doppelmoral in der derzeitigen Auslegung der Menschenrechte aufzuzeigen, als prinzipiell von der Ungleichwertigkeit von Menschen zu sprechen. Das ist ein großer Unterschied. Und dass du das hier, und schau ja, wir haben jetzt hier ein Problem, dass du die ganze Zeit versuchst, eine Äquivalenz aufzuzeigen, die gar nicht da ist und damit aus meiner Sicht unrechtmäßig die Ansichten des Schattenmachers, die offensichtlich genozidal und Rassenkunde irgendwie verbreiten sollen, kleinredest. Zumindest implizit. Und das ist das prinzipielle Problem, was auch Nils in seinem Video angesprochen hat. ist, dass es im Dienste der Verteidigung der eigenen Position eine Äquivalenz gezogen wird zwischen Linken und Rechten, die auf den ersten Blick plausibel erscheinen, aber wenn man sich dann wirklich damit befasst, sich in Luft auflöst, sodass das eigentlich kein Versehen sein kann, dass du mir jetzt hiermit eins kommst. Jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Du hast jetzt schon zweimal die gleiche Unterstellung gebracht, fast so, als ob das eine Diskursstrategie wäre, mir mehrmals das Gleiche zu unterstellen, damit das auch schön bei den Zuschauern hängen bleibt. Nämlich, dass ich eine Äquivalenz, eine moralische Äquivalenz darstellen wolle, das wollte ich überhaupt nicht. Von dir kamen noch pauschale Aussagen, welche Leute man aus dem Diskurs ausschließen solle. Ich habe nun andere Leute genannt, auf die diese Aussagen eben auch zutreffen, ob man die auch ausschließen solle und da meinst du jetzt, nee, die soll man nicht ausschließen und jetzt lass uns mal wieder auf das andere Beispiel zurückkommen, nämlich Dikadent. Er meinte, Nazis gehörten, nee, nee, darüber reden wir jetzt. Du wolltest, du hast gefragt, ob alles gut ist und mir einen Talk angeboten, also darüber reden wir jetzt schon. Ist okay, du hast mir 99 zu 1 geschickt und auf 99 zu 1, so wie du das mir jetzt beschrieben hast, nämlich, dass sie den bürgerlichen Staat, der das jetzt versucht, große Anführungszeichen umzusetzen, nur weil sie den ablehnen, sind sie nicht gegen die Menschenrechte. Das ist was ganz anderes. Also das, was du mir bis jetzt vorgelegt hast, wir können gleich auf das nächste eingehen, das ist einfach überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was ein Schattenmacher macht und diese unehrliche Nebeneinanderstellung, die kritisiere ich und ich finde, dass das wirklich unehrlich ist. Aber jetzt gerne, kommen wir zu was Ehrlichen. Ja, das ist nicht unehrlich, du hast ein allgemeines Prinzip postuliert und ich prüfe jetzt dieses allgemeine Prinzip an bestimmten Beispielen, ob du es da auch anwenden würdest oder wenn nicht, in welcher Begründung es zu ist. Ja gut, ist ja eine Begründung, aber Dekalent meinte, Zitat, Nazis gehörten in Löcher getrieben. Also das war wirklich seine Wortwahl, in Löcher getrieben. Würdest du sagen, das verstößt nicht gegen die Menschenwürde? Es kommt auf die Interpretation drauf an. Wenn ich sage, ich schubs Nazis in Löcher, die 20 Zentimeter tief sind. Nein, also ich persifiliere das jetzt hier natürlich, ich kann dazu leider nichts sagen, ich kenne den Kontext nicht. Ich bin mir sicher, das kann in einer Art und Weise gesagt werden, dass es die Menschenwürde verletzt, kann aber auch in einer Art und Weise gesagt werden, dass es es nicht verletzt. Dafür muss ich den Kontext kennen. Wenn du mir das schicken kannst, kann ich es vielleicht bewerten. Also beim Schattenmacher, da reißt du ein Zitat aus dem Kontext und weißt ganz genau, wie er es gemeint hat. Nein, da kenne ich tatsächlich ziemlich eindeutige Zitate, die hat er vielleicht nicht so gemeint. Also ja, man sieht hier eine klare Inäquivalenz zwischen den beiden Seiten. Der einen Seite wird das schlimmstmögliche unterstellt, der anderen Seite, da sagt man, erkenne ich den Kontext nicht, was auch völlig verständlich ist. Das ist deine Seite. Natürlich unterstellst du dir solche Sachen nicht. Aber dann hör auf, Leute aus dem Diskurs ausschließen zu wollen, irgendwelche Prinzipien zu postulieren, die du dann eben bei deinen Freunden nicht anwendest. Nein, schau, ich würde dir das gerne erklären. Beim Karl kenne ich den Kontext nicht von dieser Aussage. Beim Schattenmacher, jetzt hätte ich fast den Namen vergessen, da kenne ich es tatsächlich schon. Ich habe nämlich das Transkript gelesen. Also nicht die ganzen eineinhalb Stunden, ich habe die zwei Minuten davor und danach gelesen. Ich auch. Und da ist ausdrücklich von Adorno die Rede, wie ich vorhin gesagt hatte. Natürlich kann von Adorno die Rede sein, aber ich kann mich jetzt zum Beispiel auch auf Julius Evola beziehen und sage irgendwie, ah, die Schutthaufen oder wie hat das, egal, die Schutthaufen der Moderne. Und ich sage, deswegen müssen wir eine reaktionäre politische Bewegung unterstützen. Und dann sagt jemand, hey, der Gregors Politik sagt, wir sollen wieder einen Faschismus machen. Und dann komme ich daher und sage, nein, du verstehst mich noch falsch. Ich beziehe mich hier auf Julius Evola. Naja, come on. Das ist jetzt der Punkt. Nur weil er sich hinter einem anderen Denker versteckt und den meiner Ansicht nach fehlinterpretiert, wenn er das, was Adorno sagt, da wirklich jetzt affirmativ nimmt für seine Rassenkunde, das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem das so sieht. weil wenn ich mich affirmativ auf das, was in einem Text geschrieben steht, beziehe, dann ist es legitim zu sagen, hey, der unterstützt das, was da steht. Ja, sicherlich. Ich würde das von Adorno auch kritisieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, ich habe... Du hast es verstanden, Adorno sagt das eben nicht. Adorno kritisiert eben genau das. Die Dialektik der Aufklärung ist konzipiert als Werk, dass genau diese reine Aufklärung, diese reine Vernunft, die aus Sicht von Adorno zur Zerstückelung des Menschen führt und ihn durch die wissenschaftliche Methode nur auf das Beobachtbare reduziert und irgendwie einen, jetzt klingt es spirituell, aber irgendwie eine Essenz des Menschlichen abspricht. Das ist genau das Problem. Das kritisiert Adorno. Aber, was der Schattenmacher daraus macht, ist, er sagt, ja, und ich finde es gut, dass wir dem Menschlichen das Menschliche absprechen und ihn einfach nur als Ansammlung von Molekülen betrachten. Und wenn ich das nämlich so tue, wie Adorno es kritisiert, aber wie er es den Schattenmacher gut findet, dann kann ich sagen, ja, diese Form der Molekülkonstruktion, die ist gut, weil die führt zu einem weißen Pigment, also einer hautfarbenen Pigment halt, und das andere führt halt zu einem dunkelhäutigen Person und das ist irgendwie weniger wert. Wenn ich es, wenn ich das, die Essenz des Menschseins, so möchte ich es jetzt mal ganz dumm nennen, verleugne, wie es die Aufklärung in der Wahrnehmung von Hocker und Adorno gemacht hat, dann kann ich das rechtfertigen. Und genau darauf bezieht sich mit sich dieser Schattenmacher. Und das ist genau mein Problem. Ich glaube, du redest hier über etwas, hast du aber prinzipiell verstanden, worum es geht. Adorno ist genau demgegenüber kritisch, was der Schattenmacher gut findet. Ja, ich bin demgegenüber, was Adorno da so pauschal, also wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, ich bin... Nein, du hast es falsch verstanden. Außer du findest... Jetzt lass mich doch mal ausreden. Meine Güte, ich würde sagen, so wie Adorno das da beschreibt, das würde ich kritisch sehen. Ich würde nämlich nicht sagen, dass die Aufklärung dem... also die Essenz des Menschlichen abspricht. Ich würde nicht sagen, dass immer weitergehende Rationalität dazu führt, dass wir gar keine Werte mehr haben. Also dass das quasi zu Auschwitz führen muss, dass... Ja, dass... Auch solche irren Rassenideologien, die folgen ja nicht aus einer sich immer weiter steigenden Rationalität, sondern die... Ja, die folgen halt aus einem extremen Ultranationalismus, aus Rassismus, aus Antisemitismus und nicht aus sich immer weiter steigenden Rationalität. Also das ist... Ich würde das gar nicht so affirmativ besprechen, Frau Adorno. Ich würde dem eher widersprechen. Wie gesagt, gesetzt, dass ich es richtig verstanden habe. Er bezieht sich, aber was... Das kann man ja auch... Wir können auch gerne mal ein anderes Mal drüber sprechen. Nur das ist gar nicht notwendig, um zu verstehen, dass das, was der Schattenmacher erfordert, eben genau das ist, was du kritisch siehst. Und das ist genau der Grund, wieso er gegen das Grundgesetz verstößt, zumindest den ersten Artikel davon, in dem er sagt, die Menschenwürde ist und dann das bei er sagt, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Weil die Menschenwürde ist das, was Adorno versucht, daran versucht, uns Adorno zu erinnern. Was in der Wahrnehmung von Adorno die Aufklärung vergessen hat. Aber der Schattenmacher sagt, es ist gut, dass wir die Essenz des Menschlichen vergessen haben. Weil wenn wir nicht mehr uns irgendwie auf die Menschenwürde von allen Menschen beziehen müssen, dann können wir auch sagen, manche Menschen sind weniger wert. Und in der Wahrnehmung von Schattenmachern sind das eben queere Personen, sind das rassifizierte Minderheiten, Also mit der ganzen Unterstellung brauchst du jetzt nicht... Also das ist ja... Wollen wir uns das durchlesen, wer alle sagt... Ja, wie gesagt, wenn du eine Debatte mit dem Schattenmacher oder mit irgendjemand aus diesem rechten Lager führen willst, dann mach das gerne. Aber ich werde meinen Stream hier nicht als Agitationsplattform... Ja, doch. Also dann unterstell doch nicht Leuten, die nicht anwesend sind und mit denen du darüber auch keine Debatte geführt hast, nicht jede Menge Dinge. Also wie gesagt, wir waren ja eigentlich beim Outlaw und nicht beim Schattenmacher. die Menschenwürde, du sagst ja auch, dass Dekaldennt die Menschenwürde für Nazis abschaffen möchte. Nicht für Nazis. Also wenn Dekaldennt Nazis sagt, dann meint er damit jeden, der ein bisschen konservativer ist. Nein, 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 schau her. Wenn du sagst, es ist unfair, Dinge zu charakterisieren von Menschen, die nicht hier im Gespräch sind, dann kannst du Netzgespräche auch nicht so führen. Ich finde, es ist vollkommen legitim, anhand von den Sachen, die der Schattenmacher gesagt hat, die er auch immer wieder sagt, also das sind keine Ausrutscher, dass er der Ansicht ist, dass manche Menschen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Hautfarbe weniger wert sind. Ganz easy. Da muss ich mich gar nicht einmal, das ist gar nicht was kontroverslich verständigt, wieso du dich da so aufhängst. Wie gesagt, dem würde ich auch nicht widersprechen, die ganzen anderen Unterstellungen, gegen Queere, gegen, was hast du gesagt, gegen Juden, gegen alle möglichen. Also das müsstest du alles im Einzelnen belegen und wie gesagt, wenn du das machen willst, mach das gerne in deinem Stream, aber da haben wir jetzt nicht noch die Zeit für. Ich glaube, das Beispiel mit den Rassen, das wir auch ja in meinem Stream besprochen hatten, das hat glaube ich schon gereicht. Das sollte doch reichen, oder? Ja, das reicht ja eigentlich, um zu sagen, ja, der sollte nicht Ja, deswegen, da brauchst du nicht noch jede Menge andere Punkte bringen, um hier quasi für deine Ideologie zu diffamieren und dann auch andere Opfergruppen reinzubringen. Also das ist ja wirklich... Naja, aber wenn die zutreffen... Mir gefällt dieses Vorgehen, Gespräche zu führen, einfach nicht. Fakten zu bringen, gefällt dir nicht? Nicht Fakten zu bringen, das Problem ist die Intention. Das Problem ist das Vorgehen. Das Problem ist nicht, dass das, wie gesagt, ob das Fakten sind, weiß ich ja nicht, aber... Dass ich eine Person, die offen queerfeindlich ist, die offen rassistisch ist, die offen sagt, dass, wie gesagt, Massenmord manchmal okay ist, das dann auch tatsächlich zu sagen und zu behaupten, das ist etwas, was wir im politischen Prozess nicht dulden sollten, das ist aktionistisch. Das ist mit Massenmord, ich habe es doch gerade erklärt. Also, okay, da kommen wir nicht zusammen. Ich würde sagen, dass das einfach nur ein Bezug auf Adorno ist, dass nicht jede Adorno-Referenz gleich Faschismus ist. Das ist doch völlig absurd, so eine Argumentation. Meinst du das ernst gerade? Das meinst du gar nicht ernst, oder? Nein, natürlich. Weißt du, dass ich sage, also du meinst, dass wenn ich irgendwie ein Video sehe und der zitiert Horkheimer oder so, und ich sage, der zitiert Horkheimer, nicht der Nazi. Meinst du das ernst? Nein, wenn du solche Gedankengänge von Adorno und Horkheimer eben sowas zur Folge haben, wenn du die positiv besprichst, also da müsstest du, wie gesagt, Adorno auch als Nazi diffamieren. Was du auf keinen Fall machen wirst. Nein, weil Adorno bringt das auf, um zu sagen, es ist falsch. Und ein Schattenmacher bringt das auf, um zu sagen, ja, genau das will ich. Ich will, dass wir manche Menschen... Das ist jetzt eine Unterstellung von dir. Also ja, Menschenwürde, wie gesagt, das kann sein, aber dass er Massenmord wolle, ist eine Unterstellung von dir. Nein, er sagt es explizit. Meine Güte, bestellst du dich so doof? Was soll das? Nee, er greift die Argumentation von Adorno drauf. Nee, du unterstellst hier anderen Leuten Sachen, die du so pauschal daraus nicht ableiten kannst. Das ist das Problem und das macht ihr jedes Mal. Das ist euer Vorgehen, um andere Menschen zu diffamieren und dann wird so eine völlig harmlose Person wie Outlaw, okay, du hast jetzt nicht gesagt, er sei rechtsradikal, sondern er verhielte sich wie ein Rechtsradikaler, seien wir mal so fair. Dann wird so eine völlig harmlose Person in so einer Art und Weise diffamiert, einfach nur, weil er ein freundliches Gespräch mit dem Schattenmacher geführt hat. Also deine Argumentation ist gerade, man darf mit dem Schattenmacher nicht mehr freundlich reden. Wie redet man denn mit solchen Leuten dann deiner Meinung nach? Ich kann mit einem Schattenmacher freundlich reden. Ich kann ihn freundlich fragen, hey, meinst du das da, wo du sagst, dunkelhäutige Personen sind minderwertig? Meinst du das ernst? Das kann ich ja ganz freundlich fragen. Also du sagst, man muss mit ihm über solche Themen reden. Man darf nicht über andere Themen reden. Also man darf mit ihm dann auch nicht über die MMT reden, beispielsweise. Man darf ihn auch fragen, welchen Fußballverein er mag. Aber es ist schon relevant, wenn man ein vollwertiges Bild vom Schattenmacher repräsentieren möchte, ihn auch zu fragen, hey, wie stehst du zu den Dingen, die du über dunkelhäutige Personen gesagt hast? Oder wie stehst du zu der Aussage XYZ? Das ist, finde ich, schon wichtig. Wenn man zumindest dich danach nicht angreifbar machen möchte, gegenüber dem Vorwurf, dass man irgendwie zu nett war. Genau das finde ich katastrophal. Dass man dann von irgendwelchen Walk-Moralkriegern angegriffen wird, dass man ihre Themen nicht auf die Tagesordnung gesetzt hat. Sondern, also wie gesagt, wenn ich den Schattenmacher einladen würde, ich würde erstmal über die MMT und dann über Leistungsbilanzungleichgewichte in der Eurozone reden. Das sind nämlich Themen, die er thematisiert hat und wo ich fundamental andere Einstellungen zu habe. Und wenn Outlaw ihn einlädt und Outlaw sich halt ganz viel auf seinem Kanal mit diesem Shoyoka-Drama beschäftigt hat, dann redet er halt erstmal über Shoyoka, was völlig logisch ist. Also Outlaw jetzt dafür zu kritisieren, das ist vollkommen irre. Also aus welcher Machtposition muss man agitieren? Also in was für einer Position muss man sich selbst sehen und anderen vorschreiben zu wollen, über welche Themen sie zu reden haben? Das heißt vorschreiben? Ich sage, er kann ja mit ihm reden. Du hast gesagt, er verhielte sich wie ein Rechtsradikaler. Ja, wenn er von mir Kritik, wenn er von mir keine Kritik erfahren möchte, dann soll er sich anders verhalten. Aber jeder, der nicht eurer Ideologie folgt, der verhält sich wie ein Rechtsradikaler, das ist eine tolle Kritik. Also, dir kommt das überhaupt nicht komisch vor. Du denkst überhaupt nicht, dass... Nein, ein Tobias Huch verhält sich nicht unter Anführungszeichen nach meiner Ideologie. Ich habe mit einem Tobias Huch sehr große Probleme. Und trotzdem sage ich nicht, dass Tobias Huch eine Rechtsradikaler ist. Es ist nicht die Tatsache, dass jemand mir widerspricht. Du widersprichst mir auch. Mir widerspricht ein Hugo. Ich sage auch nicht, dass ein Hugo ein Nazi ist. Mir geht es darum, dass wenn eine gewisse Person... Also eine gewisse Person... Ich kann sagen, wenn der Outlaw sich so verhält in dem Gespräch mit dem Schattenmacher, dass aus meiner Ansicht nicht klar kommuniziert wird, wofür der Schattenmacher steht, wie groß der Schaden dann tatsächlich ist, mal dahingestellt. Aber allein schon die Tatsache, dass er mit einem Schattenmacher spricht und mir nach dem Gespräch aber als jemand, weil Outlaw sieht sich ja mittlerweile eher als Zentrist, deswegen hoffe ich, er sieht es mittlerweile kritisch, dass ich da am Ende von einem Gespräch mit dem Schattenmacher nicht weiß, dass das ein Rassenideologe ist, dass der der Ansicht ist, dass gewisse Menschen aufgrund ihrer Herkunft und Hautfarbe minderwertig sind. Wenn ich das nach einem Gespräch, was über eineinhalb oder zwei Stunden oder so dauert, nicht check, ich finde dann hat derjenige, der das Gespräch führt, also der Interviewer, was in dem Sinne, ich glaube es ist fair zu sagen, dass Outlaw ein Interviewer ist, dann hat die Person aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Und das werde ich ja wohl noch sagen dürfen. Und ich finde, das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, er verhielte sich wie ein Rechtsradikaler. Es gibt da einen Riesenunterschied zwischen einem Fehler gemacht und rechtsradikal. Ich führe gerne aus. Und das ist, finde ich, ein Fehler, der so groß ist und der so unübersehbar ist, dass das meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlich ist, dass das von jemandem kommt, der nicht zumindest gewisse Sympathien mit den Ansichten vom Schattenmacher schiebt. Und das wäre, wenn schon kein Eugeniker, ich habe nicht gesagt, dass Outlaw ein Eugeniker ist, dann ist das zumindest ein Rechtsradikaler. Und wie gesagt, ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen, ich kann nur sein Verhalten bewerten und das ist, finde ich, eine vollkommen logische Schlussfolgerung aus seinem Verhalten. Gut, es gibt ja, wo wir jetzt bei Menschenwürde sind. Würdest du sagen, man darf mit irgendjemandem, der beispielsweise das israelische Verhalten in Gaza, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen, um jetzt mal auf den Outlaw und Schattenmacher abzukommen, das israelische Verhalten in Gaza rechtfertigt, mit dem sollte man sachliche Gespräche führen? Oder muss man mit ihm, wenn er das rechtfertigt, auch genau über dieses Thema reden und sagen, nee, was Israel da gerade macht, nämlich massenweise Zivilisten umbringen, das geht überhaupt nicht? Es kommt darauf an. Wenn ich jetzt einen Fernsehkocher habe und deren Aufgabe ist es, über ein Kochbuch zu reden und der hat einmal gesagt, ja, ich bin für das Selbstverteidigungsrecht Israels, dann muss ich mit der Person nicht drüber sprechen. Aber wenn eine Person tagtäglich dazu Artikel publiziert, ich denke jetzt nicht an eine Person, einfach nur abstrakt, wirklich komplett, kein Spaß, der Artikel produziert, sich stark auf eine Seite setzt und aber in der Art und Weise, wie sie das Thema bespricht, vor allem über die Hamas berichtet, was ja gut ist, berichtet über die Hamas, die will alle Juden auf der Welt vernichten, es ist wichtig, dass wir die verurteilen, aber Berichte von der UN, wie schlimm die Situation in Gaza ist, komplett ausblendet, Kritikpunkte, die auch von westlichen Staaten an den Verhalten Israel gestellt werden, komplett ausblendet und nur einseitig berichtet, dann finde ich, es ist schon relevant, die Person darauf anzusprechen und zu fragen, was ihr Grund ist. Ich finde aber, dass es ein fundamentaler Unterschied ist, wenn ich mit jemandem spreche, der aus meiner Ansicht nicht das komplette Bild von dem Israel-Palästina-Konflikt abbildet und mit so einer Person spreche oder ob ich mit einer Person spreche, die der prinzipiellen Menschenwürde widerspricht, Menschen in Rassen und so. Also ja, man sollte Personen, die sich öffentlich wiederholt kritisch verhalten, aus meiner Sicht, die sollte man dazu fragen, aber wir müssen immer noch unterscheiden zwischen einer Person, die finde ich, schlechten Journalismus macht zum Thema Israel-Palästina. Es gibt ja auch viele palästinenser-lastige Voran-Blog-Einträge und Zeitungen, die genauso einen missproduzieren und komplett vergessen, dass die Hamas 1.500 oder so waren es jüdische Zivilisten umgebracht. Das passiert ja auch oft und die Person muss man genauso konfrontieren. Aber es ist immer noch ein qualitativer Unterschied, finde ich. Das war eine ehrliche Antwort. Gut, das habe ich nämlich gefragt, weil ich dieses Vorgehen, aber ich glaube, da werden wir auch nicht mehr zusammenkommen, dass man andere Leute immer auf bestimmte Themen, die du jetzt als besonders kritisch ansiehst, dass man die ansprechen muss und ansonsten sich irgendwie einen Rechtsradikalismus-Vorwurf einhandelt, das sehe ich absolut kritisch, denn das zerstört einfach den gesellschaftlichen Diskurs. Wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr zusammenkommen. Nicht jeder, der kritische Positionen nicht anspricht, ist dann Rechtsradikaler. Aber Outlaw? Outlaw? Nein, nicht jeder, manche. Oder manche verhalten sich wie Rechtsradikaler. Das ist wiederum das, wie ich es formulieren würde. Aber dasselbe gilt auch jetzt für zum Beispiel einen Typen, der einen Stalin-Versteher interviewt, der explizit sagt, ja, Holodemore war schon base, dass der Ukrainer ausgehungert wurden und ja, dass er die ganze, dass er Homosexuelle eingesperrt hat und umgebracht hat. Das war cool. Und wenn ich mit so einer Person, einer fiktiven Person, ein Gespräch führe und sie nicht frage, hey, wieso findest du die Genozide von Stalin cool? Wenn ich das nicht frage, dann finde ich, mache ich mich zu Recht dem Kritikpunkt schuldig, hey, du hast da hier gerade jemanden, der Massenmord rechtfertigt, hast du nicht entsprechend konfrontiert. Dann ist es aber kein Rechtsradikaler, sondern es kann auch sein, dass es ein Linksradikaler ist. Also es geht nicht darum, dass alle, die ich nicht mag, Rechtsradikale sind. Es ist nur, dass die Art und Weise, wie ich finde, das Outdoor sich hier verhalten hat, ein gewisses Gedankengut nahelegt und dann auch noch zu der Zeit war er ja ein expliziter Befürworter von Höcke, den ich ja auch als Faschisten bezeichnen würde. Wieso das denn? Wieso Höcke ein Faschist ist? Ja, sag's mir. Ich habe bisher nur den Bericht des Verfassungsschutzes Thüringen gelesen und der hat mich nicht überzeugt, aber du kannst da gerne... Er hat ja ein sehr enges Verhältnis zu vielen Aktivistinnen der neuen Rechten. Also Kontaktschuld? Nein, nicht Kontaktschuld. Es geht nicht nur darum, dass die einmal auf derselben Veranstaltung waren, sondern die arbeiten ja explizit zusammen. Götz Kubitschek hat ja auch, wenn ich mich recht entsinne, das Buch von Höcke veröffentlicht. Wie heißt das? Nie zweimal in demselben Teich oder so? Ich habe den Namen vergessen. Aber das ist ja nicht nur, dass die zwei sich mal die Hände gegeben haben, sondern die arbeiten ja explizit zusammen. Und ich finde, dass man Götz Kubitschek schon als einen Faschisten bezeichnen kann. Also wenn du mit einem Faschisten zusammenarbeitest, dann bist du selbst ein Faschist. Es ist ein Indikator. Es gibt noch viele andere Punkte. Also nach der Logik wäre Stalin, nach dem Hitler-Stalin-Pakt zu einem Faschisten geworden beispielsweise. Das ist ziemlich absurde Argumentation. Oder die USA, wenn sie mal wieder irgendein faschistisches Regime hochrüsten, dann werden die... Das macht die USA ja noch nicht zu einem faschistischen Staat. Kommt drauf an, wen du fragst. Kommt drauf an, an welchem Tag der Woche du mich fragst. Ich würde tatsächlich sagen, dass einige Vorgehensweisen von republikanischen Regierungen faschistoide Züge aufweisen. Wir können uns zum Beispiel Reagan anschauen. Sein Umgang mit der Aids-Krise, wo es als Strafe Gottes... Er hat es explizit in aufgenommenen Gesprächen im Weißen Haus hat er Aids, was vor allem homosexuelle Menschen umgebracht hat, vor allem Schwule, umgebracht. Also es sind halt viele daran gestorben. Er hat als Strafe Gottes für deren Sünde bezeichnet. Und jemand, der ein derartig, wie soll ich sagen, reaktionäres und menschenfeindliches Bild von einer Krankheit hat und sagt, das ist eine Strafe Gottes, wenn Homosexuelle sterben und das geschehen lässt. Er war sich ja darüber bewusst, nur er hat halt keine Forschung dazu in Auftrag gegeben. Das wäre ein Beispiel, wo ich sage, ja, das ist ein faschistoides Merkmal von seiner Regierung. Wir können uns auch von mir aus Trump anschauen und Trump, seine Präsidentschaft und die sprachlichen Bilder, die er verwendet hat. Dann January 6th war ja auch relativ eindeutig. Also ich sehe da einen Punkt, dass viele von den republikanischen, vor allem, aber auch teilweise demokratischen Regierungen, die die Vereinigten Staaten gehabt haben, faschistische Anzeichen vorweisen. Und ich sage, ja, du hast vollkommen recht. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, diese Logik ist vollkommen absurd. Das war mein Argument. Weil es auch auf amerikanische, weil es auch auf Amerika manchmal zutrifft. Und ich habe gesagt, ja, du hast vollkommen recht. Und ich kann dir auch begründen, welche Zeiten ich als faschistisch, also faschistoid, feststellen würde. Also ich würde sagen, also ich verwende beim Faschismus ja gerne die marxistische Definition, weil die relativ klar eindeutig ist und man da nicht in die Ansichten einzelner Personen jetzt irgendwas reininterpretieren muss, sondern sehr auf die strukturellen Bedingungen geht. Faschismus ist verkürzt die offenterroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Und eine offenterroristische Diktatur hatten wir in den USA zu keiner Zeit. Also das kannst du auf die USA wirklich beim besten Willen nicht anwenden. So oligarchisch und undemokratisch das amerikanische System sein mag und auch noch, es war zu anderen Zeiten bestimmt noch viel undemokratischer, als es heute war, aber faschistisch war es wirklich zu keinem Zeitpunkt. Ich beziehe mich hier tatsächlich nicht auf die marxistische, weil ich finde, dass die marxistische Definition von Faschismus allein, wenn wir uns die Historie anschauen, zu wünschen übrig lässt, wo nicht klar war, von wem jetzt also die tatsächlichen Sozialisten oder Kommunisten in der Weimarer Republik waren sich nicht sicher, ob die SPD oder die NSDAP den Faschismus bringt. Nein, das war Sozialfaschismus-These, das war nochmal was völlig anderes. Also das ist, was ich hier gerade nehme, ist die Definition von Dimitrov. Marxistische. Die von Dimitrov, okay, ich bevorzuge die von Roger Griffin, vom paläogenetischen Ultranationalismus. Das ist, finde ich, wollen wir es ausformulieren, ich finde, das ist ein besseres Verständnis. Ich halte auch sehr viel von den Punkten von Umberto Eco, das ist, finde ich, sehr praktisch. Der Essay von Umberto Eco hat ein paar Probleme, also er geht von dem Urfaschismus aus, ohne zu beweisen, dass es den gibt, also irgendwie, es fehlt so das Fundament, aber ich finde, wenn wir davon ausgehen, dass es gewisse Merkmale dann von Faschismus gibt, die überall in gewisser Maßen präsent sind, dann finde ich, ist das ein guter Ansatz. Also, ich meine, schön, dass es auch eine marxistische Definition gibt, ich kann hier tatsächlich weniger mit der anfangen, einfach weil ich die, ich habe noch wenig Leute mitbekommen, die sich speziell auf die jetzt beziehen. Fabian Lehr, den hatte ich ja zu Gast, da habe ich ein einstündiges Gespräch drüber geführt. Spannend, also ich bleibe bei der von Roger Griffin, das ist diejenige, die ich am meisten, also ich stelle ja Politikwissenschaft, nur um das nochmal, also alle, die das auf ihrer Bingo-Karte haben, können jetzt einen Shot nehmen. Ich habe tatsächlich sehr viel mit diesen Definitionen zu tun und ich finde die von Roger Griffin sehr aussagekräftig, aber wie dem auch sei, wie sind wir da jetzt drauf gekommen, auf den Faschismus, auf die Definition. Du sollst jetzt begründen, warum Höcke ein Faschist ist und pralligen genetischen Ultranationalismus, das ist nämlich mein Problem mit dieser Definition, da kannst du jedem, der so einen mystischen Bezug auf die Nationen sieht, dem kannst du dann gleich Faschismus unterstellen. Also dann könntest du auch diesen ganzen nationalromantischen Strömungen des 19. Jahrhunderts gleich Faschismus unterstellen und das kannst du einem Höcke, der sich mit diesen Strömungen halt viel beschäftigt hat, was er ja auch ganz offen sagt, dem kannst du das dann auch unterstellen. Das finde ich dann viel zu weit, viel zu allgemein ausgelegt und für die Praxis unbrauchbar und maximal zur Diffamierung geeignet. Nein, ich finde, dass das nicht unbrauchbar ist. Es kommt ja auch sehr darauf an. Brauchbar zur Diffamierung, wie gesagt. Nein, schau her. Was da, ich sehe den Kritikpunkt voll, aber die Ausformulierung von Roger Griffin ist ja deutlich besser. Das ist so der Oberbegriff, den er für diese Bewegung nimmt, aber du kannst jetzt auch nicht sagen, dass jeder, der auf die Vergangenheit verweist und sagt da was besser, dass der dann ein Faschist ist. Dann sind ja Konservative auch Faschisten, aber das glaube ich ja nicht. Das, was da tatsächlich wichtig ist, ist das völkische Element. Dass man sagt, ein gewisses Volk hat eine glorreiche Vergangenheit gehabt und zu dieser Vergangenheit muss es zurück. So formuliert das explizit keiner, aber man kann tatsächlich den völkischen Strömungen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, diese Idee, dass es ein Großdeutschland gibt, dass es mal glorreich war, dass es mal mächtig war, Österreich und Deutschland, also Österreich und Österreich-Ungarn und Deutschland-Reich waren sehr groß einmal und jetzt sind wir so klein, also Österreich ist wirklich winzig, Deutschland immer noch relativ groß, aber es gibt irgendwie eine glorreiche Vergangenheit, wo alles besser war, wohin wir zurück müssen. Das ist ein starkes Leitmotiv bei der neuen Rechten und wie gesagt, das enge Verhältnis zwischen Gott Skubicek und einem Bernd Höcke, wie ich ihn jetzt bezeichnen möchte, das ist, finde ich, schon indikativ, dass es da Überschneidung gibt, da kann man sich von mir seine Texte durchlesen, die er als an Lufladig verfasst hat, welche Rhetorik er da verwendet. Er ist Geschichtslehrer, er weiß genau, was für Slogans er sagen darf und was für Mach mal lieber konkret. Er geht auch explizit damit, wieso er ein Faschist ist. Sag, welches allgemeine Prinzip würdest du für den Faschismus als Kennzeichen betrachten? Du kannst es ja jetzt heute ausfüllen, du hast alle Zeit. Und dann zweitens, inwieweit sieht man das bei Hacke? Weißt du, was das Problem ist? Faschismus ist eine Ideologie, die extrem flexibel ist. Es gab sehr viele Faschismen. Es gab einen Faschismus in Italien, es gab einen in Österreich, noch vor den Nazis, es gab einen in Deutschland, es gab einen in Japan, es gibt derzeit einen in Indien. Es gibt unfassbar viele, die natürlich alle anders ausgestaltet sind, weil das, was Menschen bewegt, emotional anspricht, ist von Land zu Land unterschiedlich. Das heißt, man kann es leider, wenn man wirklich die alle umfassen will, nur auf sehr grobe Kategorien runterbrechen. Und dazu gehört vor allem eine Mythologisierung, der Vergangenheit und dass man etwas glorreiches aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft umsetzen muss. Und dazu gehören viele Dinge, dass man einerseits einen Feind im Innen und einen im Außen hat. Der Feind im Außen, das sind für Hacke derzeit vor allem die Amerikaner, die einen Krieg führen wollen zwischen Ukraine und Russland. Das sind die Kriegstreiber, die Deutschland schwächen wollen, die Deutschland dazu bringen, Sanktionen gegen Russland zu machen, was Deutschland kaputt macht. Das heißt, der Feind im Ausland ist derzeit Joe Biden vor allem und die Feinde im Inneren, die Altparteien. Und gegen diese Parteien kann man sich auch eigentlich gar nicht zur Wehr setzen, weil die haben sich ja alle gegen uns verschworen. Das ist der sogenannte Altparteien-Kartell. Und um uns gegen das aufzulehnen, reichen demokratische Mittel nicht mehr nur aus. Deswegen ist in der ganzen Rede ist da noch sehr viel Militanz drinnen. Darf ich jetzt bitte mal ein Beispiel für den letzten Punkt. Der Rest, der ist ganz normale, du könntest jetzt böse sagen, populistische, ich würde sagen, vernünftige Analyse. Also jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wo siehst du diese Militanz beziehungsweise die explizit antidemokratische Agitation? Dafür habe ich nämlich bisher sehr wenige Belege gesehen. Ich beschäftige mich nicht viel mit dem, ich kenne allgemeine Zitate aus der AfD zum Beispiel. Wir werden sie jagen zum Beispiel. Ja, wir werden sie als Opposition jagen. Also wenn du das nicht besser interpretierst. Ich bringe ein Beispiel dafür. Man kann sagen, wir werden uns und wir werden alles tun, um dieser furchtbaren Politik entgegenzuwirken. Das ist, das erwarte ich mir von einer Opposition. Ich erwarte mir nicht, dass eine Oppositionspartei tatsächlich sagt, wir werden den politischen Gegner jagen. Also wenn ich dir ein Beispiel, wenn du sagst, nenn mir ein Beispiel von Militanz, ich nenne dir ein Beispiel von Militanz und du sagst, ja, aber ich weiß nicht, also ich finde, dass die Forderung, danach den politischen Gegner zu jagen, wie man Vieh auf der Jagd jagt, was man danach erlegt, ich finde, das ist eine Militanz, die relativ eindeutig ist zu erkennen. Ne, also ein Löchertreiben finde ich dann schon eindeutiger, aber du meintest, das wäre ja aus dem Kontext gerissen. Also da merkt man schon wieder diese Inäquivalenz bei dir. Das fällt mir nur die ganze Zeit auf. Ich weiß nicht, du hast es mir übrigens noch nicht geschickt, wo er das gesagt hat. So, da kann ich dir zig Videos raussuchen, die das besprochen haben. Ich suche mir jetzt, oder im Chat sucht mal die originalen Stream, wenn er noch online sein sollte, raus. Dann kann ich den Gregor gleich zuschicken, ansonsten muss ich den nachher selber raussuchen. Wir werden sie jagen, das hat Alexander Gauland nach dem Wahlsieg 2017 gesagt, als die AfD als Oppositionsführer in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Und damit meinte er natürlich, durch Untersuchungsausschüsse, durch ganz normale parlamentarische Arbeit jagen. Das ist jemand, der total alt ist, der jahrzehntelang im politischen Geschäft ist, der für die CDU vorher da saß. Also dem jetzt zu unterstellen, dass er damit militärische Jagd meinen würde. Das ist ja einigermaßen absurd. Zum Glück ist es ja unmöglich, dass jemand ein Nazi ist und auch mal ein Amt in der CDU gehabt hat. Ja, das kam häufiger vor. Kiesinger war ja auch ein Nazi und war dann Bundeskanzler für die CDU. Außerdem schreibt Björn Höcke in seinem Buch, dass er den bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch abwenden möchte. Das macht einen zu einem Faschisten? Ja. Warum? Weil der große, also die Umvolkung, der große Austausch, Bevölkerungsaustausch, wie du es nennen willst, ist ganz klar eine neonazistische Verschwörungserzählung. Was macht sie neonazistisch? Ich habe, ich, was macht sie neonazistisch? Die Leute, die sie vorbringen. Also die Leute, die sie vorbringen, sind Faschisten, weil das eine faschistische Theorie sind und weil sie sie vorbringen, sind sie Faschisten und diese Theorie ist faschistisch, weil sie von Faschisten vorgebracht wird. Das ist eine zirkuläre Erklärung. Das erklärt gar nichts. Nein, es ist keine zirkuläre Erklärung. Es baut ganz klar auf den Annahmen der originalen Nazis auf, dass es zwischen den unterschiedlichen Rassen, Anführungszeichen, ich habe ja keine Kamera an, aber ich setze das in Anführungszeichen, die es auf der Welt vermeintlich gibt, einen Wettkampf um Ressourcen gibt und in diesem Wettkampf um Ressourcen, was der sogenannte Rassenkrieg ist, da geht es darum, dass sich die unterschiedlichen Rassen eben bekämpfen. Das ist natürlich imaginiert, aber das wollen die uns weismachen. Und eine Strategie, die vor allem den Juden, jetzt kommt darauf an, von mir man spricht, Faschisten meinen damit manchmal, also Faschisten reden nicht immer von Juden. Ja, Höcke meint nicht Juden, Höcke meint. Aber die Struktur ist immer dasselbe, weil das ist ja auch der Grund, das ist ja auch das Argument, warum jede Verschwörungstheorie im Antisemitismus ändert. Was eine Verschwörungstheorie auszeichnet ist, dass es Strippenzieher gibt, die hinter dem Vorhang so halt agieren und die sieht man halt nicht. Die kann man aber auch nicht sehen, weil die so unfassbar schlau sind. Und je nachdem, mit wem du sprichst, ist das halt der Kulturmarxistus, äh, Marxismus, ist das das internationale Finanzkapital, ist das die jüdische Hochfinanz oder sind es halt einfach die, äh, die Weisen des Zion. So, und je nachdem, wen du da jetzt dahinter siehst, aber die Struktur ist immer dasselbe. Also, Moment mal, wer Finanzmärkte kritisiert, meint eigentlich die Juden. Ist das gar nicht dein Punkt? Nein, nein, das habe ich doch nicht gesagt. Du hast gerade gesagt, wer die Hochfinanz, ähm, sagt, der meine eigentlich, äh, der meine eigentlich die Juden. Das hast du gerade gesagt. Soll ich dir sagen, wie ich das gemeint habe? Ich glaube, ich kann es dir gerne erklären. Ja, gut, dann erklär es. Ich habe gesagt, wenn jemand sagt, ich, okay, mein Argument ist, wenn jemand sagt, es findet ein Bevölkerungsaustausch statt, der von der Hochfinanz, äh, gelenkt wird, um die weiße Rasse zu unterdrücken. Hat Höcke weiße Rasse gesagt? Nein, aber das ist, das ist ja die Idee. Bevölkerungsaustausch. Nee, du, du vermischst da der Höckers Argumentation mit der von, ähm, der von anderen Leuten. Wirklich, beziehe dich auf Höckers Idee und warum ist die originär faschistisch? Ich möchte wirklich nur, ich, ich, habe dir gerade gar nicht, außer bei dem letzten Punkt mit, äh, wer Finanzmärkte sagt, meint eigentlich, eigentlich Jugend. Davor habe ich dir gar nicht übersprochen. Ich lehne diese Theorie von einem, lass mich doch mal, lass mich doch mal kurz ausführen. Ich lehne diese Theorie von einem Bevölkerungsaustausch, der da von irgendjemandem geplant wurde, um das deutsche Volk auszulöschen, wie das ja wirklich im AfD-Vorfeld behauptet wird. Und das sehe ich tatsächlich auch nicht so. Also da, da würde ich ja auch inhaltlich widersprechen. Und die Frage ist jetzt, warum sind Leute, die Frage ist nicht, ob man der Idee jetzt zustimmt, die lehnen wir, glaube ich, beide ab, sondern die Frage ist, warum soll das jetzt originär faschistisch sein? Ich hab dir das, ich kann mich gerne wiederholen. Ähm, die Idee baut auf der Vorstellung des Rassenkriegs aus. So? Das ist jetzt eine Unterstellung von dir. Nein, es ist ganz klar nachzuverfolgen, wo die Verschwörungserzählung der Umfolgung herkommt. Also, wenn das eine Unterstellung ist, dann brauchen wir eigentlich das Gespräch, nicht mehr führen. Ja, dann erklär, erklär. Genau, wo das herkommt? Ja, wir haben Zeit. Ja, ist okay. Die Idee eines Rassenkriegs kommt von den Nazis. So. Jetzt kannst du aber Rassenkrieg nicht mehr sagen, weil das negativ konnotiert ist. Ja, die Idee gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Also, so einfach ist es. Ja, aber die Nazis haben das ein bisschen vergiftet. Genauso wie man auch, also, Eugeniker waren ja nicht unbeliebt. Dann auf einmal war Zweiter Weltkrieg und man ist draufgekommen, oh scheiße, die Nazis waren Eugeniker, jetzt darf man nicht mehr Eugenik sagen. Obwohl es gewisse Bemühungen gibt. Egal. Das heißt, wie kommuniziert man dieselbe Idee, dass man selber als vorgestellte Rasse bedroht wird, ohne den Rassenkrieg zu nennen. Da muss man Möglichkeiten finden. Da bietet es sich natürlich an, dass es in der Zeit, seit den Nazis, Studienrichtungen gibt, die sich kritisch mit gesellschaftlich-normativen Vorstellungen darüber, was es heißt, gut zu sein, schlecht zu sein und dass diese rassifiziert sind und das weiße Vorstellungen und so. Also, dass es so eine Critical Whiteness Studienrichtung gibt, das funktioniert dann natürlich perfekt, um zu sagen, hey, die sind gegen die Whiteness. Und so hat sich das dann tatsächlich entwickelt, dass es mehrere Briefe gibt. Also einerseits wird dieses, hey, die sind gegen Whiteness, also die Kulturmarxisten, die in den Elfenbeintürmen stehen, die wollen Weiße auslöschen, das ist eine Form dieser Erzählung. Eine andere Form von dieser Erzählung ist eben die große Umvolkung, Bevölkerungsaustausch, wie du es nennen willst, was auch ganz klar auf diese, nicht neue Rechte, aber auf Nazis in den 70ern, 80ern, aus dem britischen Umfeld zurückzuverfolgen ist, die eben genau dieselbe Struktur aufweist. Es gibt eine dominante große Anführungszeichen Rasse, das ist in Deutschland sind das die Deutschen oder keine Ahnung, wie die es nennen wollen, die Aria oder was auch immer. Und dann gibt es nebulöse Kräfte, sowohl im Innen als auch im Außen, die das unterwandern wollen, weil das Volk, wenn es geeint ist, dann ist es ja stark und die Feinde des Volkes, die wollen uns, die wollen dieses Volk ja schwächen, weil in Wahrheit sind wir die Starken und wir müssen oben stehen, aber wir sind jetzt irgendwie nicht mehr oben und das haben die nur geschafft, indem sie uns schwächen. Und eine Strategie in dieser imaginierten Verschwörung gegen die weiße Rasse ist der sogenannte Bevölkerungsaustausch, dass gewissen Personen, je nachdem, wen man da jetzt dahinter sieht, unterstellt wird, bewusst nicht-weiße Personen in weiße Länder, in weiße imaginierte Länder einzuführen, um die weiße Rasse auszulöschen. Und das ist der große Bevölkerungsaustausch. Und das ist ganz klar zurückzuziehen auf die originalen Nazis. Ah, das schreibt Höcke ja nicht. Also das schreibt Höcke ja explizit nicht. Er sagt, er möchte den bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch abwenden. Ja, er spricht von Volk, nicht von Rasse. Das sind schon mal zwei unterschiedliche. Also wenn du jetzt jemanden wie Matt Walsh nimmst, aus den USA, der ja vom Erhalt der angloamerikanischen Rasse spricht, wie ich, wenn ich mich recht entsinne, also dann würde ich sagen, okay, da hat man schon diese Argumentationsfigur, aber Höcke, der spricht von Volk, nicht von Rasse, so wie du das gerade erzählt hast. Das wird ja zum Glück auch gar nicht austauschbar verwendet. Wird auch nicht austauschbar verwendet. Würdest du sagen, dass die Nazis oft von Rasse gesprochen haben? Ja. Sie haben auch vom gesunden Volkskörper gesprochen. Ja, den sie dann rassistisch definiert haben. Aber wo hast du bei Höcke so eine rassistische, du hast gerade eine Unterstellung gegenüber Höcke, dass er das so meinen würde. Du hast keine explizit rassistische Herleitung bei Höcke, es sei denn, du kannst ihn mir jetzt nennen, dann nehme ich alles zurück. Ich meine, wenn du das belegen kannst, kein Problem, aber du scheinst es nicht belegen zu können. Moment, Moment, Moment. Ich würde gerne noch ein Zitat vorlesen, das vielleicht auch dem entspricht, was du jetzt gesagt hast, dass ich eine offensichtlich rassistische Weltanschauung von Höcke zumindest nahelege. Wo hast du das gefunden? Sag das nochmal vorher. Was ist das Erste? Nee, das Zitat, was jetzt kommt. Ach so, das Zitat, das jetzt kommt. Warte mal, da ist leider kein Link. Ich kann das Zitat gleich im Internet suchen. Ich suche es gleich raus, ich lese es im Moment. ich soll es jetzt aussuchen. Ja, dann schicken wir ruhig mal den Link, da kann ich den in der Beschreibung verlinken, damit sich auch jeder vergewissern kann, dass das nicht aus dem Kontext gerissen wurde. so, Moment. Nie zweimal in demselben Fluss, so heißt das Buch. Und zwar schreibt er in seinem Buch, also nie zweimal in demselben Fluss, auf Seite 257 folgend, bla 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 bla, aber auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Aber abgesehen von diesem möglichen Aderlast haben wir Deutschen in der Geschichte nach dramatischen Niedergängen eine außergewöhnliche Renovationskraft gezeigt. Ein paar Korrekturen und Reformchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalten der Moderne beseitigt, denn die größten Probleme von heute sind hier anzulasten. Ja genau, das hat er in seinem Duell mit Vogt nochmal genauer erklärt. Damit meint er solche Leute, die durch deutsche Städte ziehen und solche Sätze sagen wie Bomba Harris do it again, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomba Harris, Feuer frei, Deutschland verrecke. Also solche Leute meint er. Also das sind eher Leute, die, so wenn ich mir diese Antideutschen Antifas angucke, die sind eher größtenteils deutsch. Also die sind jetzt nicht so, ist glaube ich der Migrantenanteil eher unterdurchschnittlich. Die Leute, die Höckerte mit dem Zitat meint, was du da gerade zitiert hast. Aber du kannst es auch nicht erinnern, aber selbst wenn er das meint und ich finde es okay, dass man die kritisiert. Erstens einmal, damit entmenschlicht er sie ja komplett, weil er sagt, es sind Volksteile, die wir verlieren können. Was meine mit verlieren? Das ist einmal die erste Frage, die ich dir stellen würde. Und die zweite Frage, soll ich es nochmal vorlesen oder ist dir klar geworden, wieso ich der Ansicht bin, dass das ein Faschist ist? Allein schon wie er schreibt, die Schutthalten der Moderne. Also er verwendet eine ein bisschen geschwollenere Sprache, das ist jetzt dein Kritikpunkt. Das ist explizit das, was Julius Evola geschrieben hat. Und weil er die Wortwahl verwendet, die ein faschistischer Theoretiker aus Italien mal verwendet hat, ist er jetzt auch ein Faschist. Das ist ein bisschen absurde Argumentation. Wenn ich jetzt ein paar Worte von Marx verwende, bin ich doch auch kein Marxist. Nein. Es sind aber alles Dinge, die sich zu einem... Schau her. Du konstruierst. Das ist das Problem. Nein. Wenn wir jetzt ein Bild haben, das besteht aus, sagen wir mal, 100 Mosaiksteine. Und dann legt einer ein Mosaikteilchen dorthin, was passt. Und du sagst, hey, du hast gerade das ganze Bild fertig gemacht. Du hast gerade den ganzen... Also das ist der Beweis, nein. Aber wenn sich immer mehr Mosaiksteinchen ansammeln und nach und nach bildet sich das Bild heraus, dann kann man ab einem gewissen Punkt sagen, ja okay, jetzt erkenne ich da schon genug, dass ich sagen kann, ja okay, der baut da jetzt gerade einen Faschismus. Und wir können gerne noch weiter durchlesen aus diesem Buch. Es ist unfassbar. Und ich verstehe nicht, wieso wir da jetzt kategorieren. Das ist überhaupt... Das finde ich ist überhaupt nicht mehr deutlich. Weil wir dich verstehen wollen. Also weil wir verstehen wollen, wie du darauf kommst, andere Leute als Faschisten zu bezeichnen. Und Höcke, das ist ja jetzt, wenn man in Mainstream-Medien glauben darf, so ein eindeutiger Fall. Und wenn man eurem Lager glauben darf, erst recht. Da verteidigt man ja den angeblich sofort, wenn man rational über seine Aussagen redet und nicht sofort überall das Schlimmste reininterpretiert. Deswegen wollen wir nur verstehen, wie du darauf kommst. Und du hast das gerade echt nicht gut begründet. Was kann ich dir schon mal sagen? Schau her, weißt du, was ich mir denke? Jeder, der es verstehen will, oder verstehen will, jeder, der bereit ist anzuerkennen, dass der Höcke das gesagt hat und dass das ganz klar in der faschistischen Tradition, also in der Tradition von faschistischen Autoren steht, der wird es auch verstanden haben. Wenn dir das nicht reicht, ich glaube, dann werde ich dich auch nicht überzeugen, aber es ist okay. Ja, dann hast du keine guten Argumente. Das ist das Problem. Ich glaube, ich habe sehr gute Argumente. Ich glaube auch, dass all diejenigen, die ich überzeugen kann, dass Höcke ein Faschist ist, habe ich bereits erwacht. Ich lese gerne noch eins vor. Vielleicht ist das noch ein eindeutigerer Rassismus. Ich zitiere im 21. Jahrhundert. Woher ist das? Nein, das hat Björn Höcke Wo hat er das gesagt? Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, er hat das auf irgendeiner Veranstaltung gesagt. Da wird ein Weltartikel gerade zitiert. Ist das mit dem afrikanischen Ausbreitungstypus und dem europäischen Platzaltertypus? Ja, genau. Findest du, dass das nicht rassistisch ist? Das zieht sich auf natürlich das eindeutig rassistisch und das sind Argumentationsmuster, wie man sie auch bei Rushton findet. Also dieser Typ, mit dem ich mich tatsächlich ja auch schon als Armin Rushtin meinst du? Ja, ich glaube, es war der. Wie meinst du den Autoren? Ich hatte da letztens nämlich so einen Forscher, äh Forscher sei ich schon, also so einen Rassentheoretiker aus dem, ähm, John Philip Rushton schreibt Unsoziale Marktwirtschaft. Oh, John Philip Rushton. Das ist so ein rassistischer Theoretiker aus dem Umfeld des Pioneer Fund, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich hoffe, ich habe dir jetzt auch erwiesen, dass Björn Höcke ein Rassist ist. Rassist, ja. Aber das macht ihn noch nicht jeder Rassist, das gleich ein Flaschist. Habe ich auch nicht gesagt. Aber in Kombination mit vielen anderen Dingen, die er jetzt hier geschrieben hat, könnte man zu dem Schluss kommen. Ein wichtiges Ding ist tatsächlich auch, ähm, dass Björn Höcke, ähm, warte mal, hier haben wir es. Er schreibt, er schreibt von Zinsknechtschaft, äh, von sogenannten Zinschosen. Ist das falsch? Hält der IWF beispielsweise dadurch, dass er armen Ländern Kredite gibt, äh, diese Länder nicht in finanzieller Abhängigkeit und sorgt dafür, dass sie nicht wieder auf die Beine kommen, in der Art und Weise, wie IWF-Komme gestaltet sind? Und da hat Wohlstand für alle gerade eine gute Folge zu rausgebracht. Also das ist doch ein linker Punkt. Von Wohlstand für alle und ich weiß sehr wohl, äh, die, ähm, die Reformmaßnahmen, die der IWF fordert für die Kreditvergabe, danke, da bin ich sehr wohl informiert, nur die Begriffe Zinsknechtschaft, und er schreibt auch noch vom zinsverursachten Wachstumsfang, äh, und möchte die Zinsknechtschaft brechen, äh, das sind tatsächlich, äh, das ist tatsächlich NSDAP-Retorik. Wenn es einem darum geht, den Kapitalismus zu kritisieren, und den sich, und den sich, Zinskritik ist NSDAP-Retorik, sorry, 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 dass ich dich jetzt unterbreche, das ist, das ist, das ist wirklich vollkommen absurd. Also Zinskritik ist NSDAP-Retorik, wie kommst du darauf? Wie ich darauf komme, gib mir eine Sekunde. Das ist tatsächlich erst im 25-Punkte-Programm der NSDAP. Ja, okay, die Nazis haben Zinsen kritisiert, und Überraschung nach, äh, nach der Machtergreifung haben sie das Zinssystem auch nicht abgeschafft. Ja, fast so, als hätten Nazis gelogen. Aber trotzdem bedient er sich hier von Nazis, also, ich glaube, du willst den Schuss nicht hören. Ich glaube, du hast schlechte Argumente. Das ist unser ganzes Problem, und du diffamierst den harmlosen Leuten, wie beispielsweise Outlaw, als Rechtsradikalen. Du wirfst Leuten wie mir vor, ich würde Rechtsradikale verteidigen wollen, wie gesagt, wo du immer noch den Beweis schuldig geblieben hast, dass das Rechtsradikale sind. Das ist unser Problem hier. Wenn du nicht bereit bist, die kernfaschistische Rhetorik darin zu erkennen, wenn jemand sagt, wir werden gewisse Volksteile, die sich gegen das Volk, den gesunden Volkskörper, wenden, verlieren müssen, und die Schutzhalden der Moderne beseitigen. Das ist eine Rhetorik, die will ich nicht gerne von einem Thüringer Ministerpräsidenten hören. Da würde ich dir zustimmen. BSW-Politiker sollte das auf keinen Fall sagen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen die Rhetorik ist mir etwas zu radikal und das ist ein Faschist. Also, dass du gleich immer mit irgendwas kommst, wo ich sagen würde, ja, kritische ich auch, und du kommst dann mit dem schlimmsten möglichen Vorwurf, den du dir gerade aus den Rippen leiern kannst. Das ist das Problem, das wir hier haben. Darf ich dich was fragen? Was muss passieren, damit Björn Höcke für dich ein Faschist ist? Er muss eine faschistische Führerdiktatur fordern. Okay, das würde mir schon reichen. Also, das wäre ja eindeutig. Okay. Wenn wir uns einen derzeitigen Faschismus anschauen auf der Welt, reden wir mal von Modi. Nein, das ist kein Faschismus. Also, Indien ist kein Faschismus. Okay, ist okay. Dann bleib lieber bei deiner Volkswirtschaftslehre. Ich mache meine Politikwissenschaft, du rede über MMT und ich rede über Politik. Also, wenn du in Indien keinen Faschismus siehst, dann verstehe ich, wieso du auch nicht der Ansicht bist, dass ein Höcke kein Faschist ist. Dann verstehe ich, warum du das nicht siehst. Dann bist du vielleicht auf dem faschistischen Auge blind, wer weiß. Nee, ich habe eine andere Definition als du. Wie gesagt, ich nehme die marxistische Definition und auch Fabian Leer, der bei mir zu Gast war, ist ein Marxist, ist jetzt kein böser Rechter, der sieht da auch keinen Faschismus. Dann liegt er falsch. Was soll ich machen? Also, was heißt, ich meine, es ist konstruiert, es ist konstruiert, das Wort gibt es keine richtige oder falsche, dann verwendet er für mich einen Begriff, der wenig aufschlussreich ist. So, es ist so höflich formuliert, wie ich kann. Unfassbar. Ich habe eine andere Definition, unfassbar, ja. Nein, ich finde, es ist unfassbar, dass du in alledem, was ich dir jetzt hier vorgebracht habe, als Beispiele von der Rhetorik von Bernd Höcke, dass du darin kein Verschied, ich finde das arg, muss ich dir wirklich sagen. Aber, ähm, hey, du kannst mich gern wieder blockieren, wenn du möchtest, auf Discord. Ich weiß nicht, ob ich mit einem... Wie gesagt, das hatte mit Sachen zu tun, die wir da privat besprochen hatten, wo du definitiv zu weit gegangen bist, die ich, wie gesagt, nie an die Öffentlichkeit getragen habe und dabei würde ich es jetzt gerne auch belassen. Also, was sollen denn diese unterirdischen Angriffe hier schon wieder? Du konntest hier in den Stream kommen und deine Sicht erörtern. Sondern du hattest, wie gesagt, keine sonderlich guten Argumente, aber deswegen müssen wir ja keine Feinde sein. Also, das einzige Problem, was wir mit Leuten wie dir haben, ist, dass ihr andere, völlig harmlose Leute, ich hatte jetzt Outlaw als Beispiel genommen, weil das ja wirklich ein umgänglicher Typ ist, der voll in der politischen Mitte steht, der niemandem was getan hat, weil der von euch als Rechtsradikaler diffamiert wird. Das ist ein riesiges Problem, das zerstört den gesellschaftlichen Diskurs. Das ist eine absolute Katastrophe und dagegen werden wir eher. Was? Wenn jemand ein Fan von Björn Höcke ist, ist der dann in der Mitte der Gesellschaft zu verraten? Wer sagt, dass er ein Fan von Björn Höcke ist? Er war bis vor kurzem, ich habe mittlerweile mit ihm gesprochen, er ist nicht mehr. Siehst du, dann stimmt das ja nicht mal. Dann stimmt das ja nicht mal mehr. Das passieren würde. Ja, kannst ja auch Höcke wegen, keine Ahnung, obwohl der Valera, der hat nichts öffentlich publiziert, du kannst ihn ja auch wegen seinen historischen Analysen mögen beispielsweise. Du musst ja nicht seine heutigen politischen Forderungen zu 100 Prozent teilen. In der Mitte der Gesellschaft immer noch sein. Ja, selbstverständlich. Also da würde ich jetzt nicht so, es kommt ja auch die eigenen Ansichten an und nicht wieder zu bestimmten Personen. Genau, das stört mich auch an eurer Ideologie, dieser religiöse Eifer, der sofort kommt, wenn man bestimmte Personen anspricht, die gerade in den Medien extrem diffamiert werden. Dann verteidigt man diese Personen zugleich, dann ist man auf der rechtsradikalen Seite. Das ist alles, was aus eurem Lager immer kommt. Wenn jemand ein Fan... Ach Gott, nein, egal. Also, ich finde es arg, weil ich meine, ich mache hier Argumente, ich mache hier Argumente und das, was du sagst, ist, nein, ich sehe das anders und Punkt, aber da kommt nichts mehr. Ich finde, das waren keine sonderlich guten Argumente. Du hast nicht belegt, was du behauptet hast. Das ist mein Punkt. Ich habe dich belegen lassen. Ich habe dich hier minutenlang reden lassen und immer wieder nachgehakt, nach Belegen gefragt und da kam dann nichts Großes mehr. Das ist das Problem. Das heißt, da kam nichts Großes mehr. Soll ich weiter vorlesen? Wenn du bessere Zitate hast als die eben, dann auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, dieses, wir müssen die Schutzhaltung der Moderne beseitigen und gewisse Volksteile verlieren, also, ich finde, das ist schon sehr faschistisch. Ich weiß nicht, ob das noch eindeutiger wird. Also, er verwendet eine blumige Sprache, die du jetzt auch von Evola wiedererkannt hast. Das ist blumige Sprache, das ist komplett eindeutig. Das ist, schau her, er ist vielleicht ein Idiot, aber er ist ein Idiot, der Geschichte studiert hat. Er weiß genau, was für Worte er verwendet. Das ist ja auch einer der Gründe, wieso er für den SA-Slogan tatsächlich dann rechtlich zur Rechenschaft gezogen wurde, weil man von einem Geschichtslehrer ausgehen kann, dass er weiß, dass das eine SA-Parole ist. Also, ich kannte das nicht, bis das jetzt vor Gericht kam und ich meine, ich interessiere mich ziemlich für Geschichte und da jetzt von jemandem, der vor einigen Jahrzehnten mal Geschichte studiert hat, dazu erwarten, dass er das alles aus dem Kopf kennt, ist eine mutige Unterstellung, sag ich mal so, an die deutsche Geschichtslehrerschaft. Schau her, wenn du in Deutschland die Schule besucht hast und nicht gewusst hast, dass alles für Deutschland der Schlachtruf der Sturmabteilung war, dann kann ich dir nicht helfen. Ich persönlich habe in Österreich den Geschichtsunterricht besucht, ich habe das sehr wohl gewusst. Wie du es drehst und wendest, entweder ist es ein kompletter Idiot oder er ist ein Nazi. Beide Varianten. Nazi jetzt plötzlich, eben war er noch nur ein Faschist. Jetzt ist, also erklär mal, wieso soll er Nazi sein? Das kannst du jetzt, glaube ich, nochmal getrennt begründen. Also da gehört ja noch ein bisschen mehr zu, als zu Faschist. Schau her, wenn jemand bewusst den Schlachtruf alles für Deutschland verwendet, dann finde ich, wenn es jemand bewusst sagt in dem Wissen, dass das ein Nazi-Schlachtruf ist, dann finde ich es okay zu sagen, er ist ein Nazi. Oder er ist ein Idiot, weil er keine Ahnung hat. Das ist schon wieder eine zirkuläre Begründung. Björn Höcke ist ein Nazi, weil er den Schlachtruf alles für Deutschland verwendet. Nein. Und warum meint er alles für Deutschland nationalsozialistisch? Weil er ein Nazi ist. Nein, ich habe gesagt, entweder das oder er ist ein Idiot. Und ich finde, in beiden Fällen sollten wir ihn nicht in der Politik haben. Aber ich unterstelle ihm, finde ich, mit guten Gründen, weil das hat das Gericht genauso begründet, dass man von einem Geschichtslehrer tatsächlich davon ausgehen kann, dass er tatsächlich den Schlachtruf, den Werbeslogan der Sturmabteilung, dass der den kennen kann. Vor allem, wenn man jetzt ein rechtsextremer Politiker ist. Und es ist ja nicht so ein Rechtsradikaler. In Österreich gibt es diese Unterscheidung nicht, da verwende ich das. Ein rechtsradikaler Politiker von mir ausweilen ist ja noch nicht sicherlich. Die Unterscheidung finde ich auch schwachsinnig. Aber auch das, wie gesagt, du hast uns den Faschismus nicht belegt. Okay, Rassismus kannst als Rechtsradikal. Okay, sagen wir, das hast du belegt. Gut, gut. Rechtsradikal kannst du, wenn da jemand so eine rassistische Aussage gemacht hat, die Bezeichnung, weiß nicht, ob ich die hundertprozentig übernehmen würde, aber die kannst du, glaube ich, treffen. Entartet. Die Altparteien sind inhaltlich entartet. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Entartet. Du willst mir jetzt sagen, dass die Nazis auch deutsche Sprache verwendet haben und ja, das ist... Nein, entartet ist tatsächlich ein sehr spezifischer Begriff von den Nazis. Ja, wurde von den Nazis verwendet, ist danach aus der Mode gekommen. Das stimmt schon. Die Nazis haben auch andere deutsche Worte verwendet und sollten wir jetzt die gesamte deutsche Sprache von damals durchforsten, schauen, welche Worte da häufig verwendet wurden, heute selten verwendet werden und auch in dieser Basis unterstellt mir dann Leuten Nazi-Ideologie. Das ist gerade dein Vorschlag. Weil wenn ich jetzt einmal entartet sage oder wenn Höcke einmal entartet sagt, dann finde ich ja, deswegen dann zu sagen, es ist ein Nazi, nein, das ist Schwachsinn. Aber wenn jemand diese ganze lange Liste an komischen Zufällen, wo er halt rein zufällig immer dieselbe... Es gibt auch ein Zitat, wo er sagt, ein tausendjähriges Magdeburg oder so. Also wenn jemand immer wieder dieselben Begriffe verwendet, die alle, also alle, von denen viele eine explizite Vergangenheit in der Nazi-Ideologie haben... Mehr tausendjährige... Das ist schon wieder diese Unterstellung. Das ist schon wieder... Also wir hatten ja das erste deutsche Reich, das hat ja wirklich, okay, etwas kürzer als tausend Jahre existiert, aber das kannst du ja im weitesten Sinne als tausendjähriges Reich bezeichnen und das ist nicht Nazi-Ideologie. Also 1806, als das untergegangen ist, da kannte noch niemand die Nazis, weil die da noch nicht existierten. Du schaufelst dir ein immer tieferes Grab. Das Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Also wie soll ich denn das jetzt lesen? Nein, Hitler war okay, der hat auch Autobahnen... Also wie soll ich das bitte anders lesen? Vielleicht lädst du mal jemanden von der AfD ein. Vielleicht redest du mal häufiger mit Rechten, dann würdest du auch nicht dauernd ihnen Sachen unterstellen, wie sie es schon nicht gesagt haben, und ihnen mal das Bettfeld möglichst reininterpretieren. Das ist ja dein gesamtes Vorgehen. Schau, der liebe Bernd, der hat schon viele Interviews geführt und der wird auch immer wieder auf das Angesprochene, der wird auch auf seine Landorf-Ladig- Vergangenheit angesprochen. Da sagt er immer, nein, kann ich nichts zu sagen. Also ich kann ja immer das einladen, ich weiß nicht, ob der liebe Bernd kommt, aber er würde dann sagen, nee, gebe ich dazu keinen Kommentar, das ist informierend. Also wenn ich ihn darauf ansprechen würde, und das weiß ich, weil schon viele Journalistinnen ihn darauf angesprochen haben, dann sagt er einfach, nö, kein Kommentar. Also, nein, werde ich nicht. Ich meine, okay, vielleicht rede ich mit dem Bernd Hocke. Auf das Volksteile verlieren, da hat er ja geantwortet, das hatte ich vorhin gesagt. Also mit verlieren meint er jetzt nicht physisch liquidieren, sondern mit verlieren meint er, ja, das sind Leute, die werden bei unserer Politik nicht mitkommen, die sind da halt, also die hassen, also wie gesagt, solche antideutschen Antifas. Auf die hat er sich ja explizit bezogen. Verstehe. Verstehe. Wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Was heißt das? Ja, also das wäre, also das würde ich auch schon kritisieren. Also das... Ja, du würdest es kritisieren, dass er fordert, die Nazis sollten wir mal 180 Grad anders betrachten. Ja, ja, also du darfst natürlich eine andere Form der Erinnerungskultur fordern. Ich meine, Deutschland hat ja auch Kolonialverbrechen begangen, die darfst du ja natürlich auch kritisieren. Also da läuft ja auch gerade eine Debatte, aber dann wäre das ja keine um 180 Grad, sondern um 20 Grad oder so. Also da kannst du ihm sprachliche Unschärfe vorwerfen, da würde ich dir zustimmen, das würde ich auch kritisieren. Sprachliche Unschärfe? Ich finde, er ist äußerst direkt in dem, was er fordert. Wie gesagt, also das kannst du ihm jetzt unterstellen. Wie gesagt, die Gradzahl ist deutlich zu hoch. Also das würde ich schon deutlich kritisieren. Da würde ich ihn dann fragen, wie er das meint, wenn ich ihn interviewen würde. Ich glaube nicht, dass ich an Höcke rankomme. Also ich habe K. eingeladen, der hat bisher leider nicht geantwortet. Die sogenannte Einwanderungspolitik, die nichts anderes ist als eine von oben verordnete multikulturelle Revolution, die nichts anderes ist als die Abschaffung des deutschen Volkes. Auch nicht faschistisch. Nein, eindeutig nicht. Also wie gesagt, Abschaffung des deutschen Volkes. Wie gesagt, dass ich das inhaltlich kritisiere, das habe ich ja schon gesagt, aber das ist natürlich nicht faschistisch. Also das ist ja wirklich albern, das hier zu unterstellen. Ich kann dir da wirklich nicht helfen. Also da bist du, du bist tatsächlich sehr stark in deinen Überzeugungen. Also ich glaube nicht, dass Höcke irgendwas machen könnte, außer irgendwelche Minderheiten ins Vernichtungslager schicken. So irgendwelche Anhaltspunkte. Sorry, ich hake jetzt schon häufiger Nachrichten da, recht nicht häufiger. Soll nicht unhöflich sein, aber du haust hier wirklich sehr starke Behauptungen draus. Hast du irgendwelche Hinweise darauf, dass er irgendwas in diese Richtung vorhaben könnte? Schau her, jetzt denk mal kurz, geh mal kurz mit mir mit. Wenn, gehen wir mal davon aus, es wird etwas gemacht. Es werden Menschen ins Land reingebracht, das in ein Volk assimiliert, integriert, wie man es nennen will. Und das Ergebnis davon ist der Volkstod. Das ist ja Höckers Problem, dass diese Leute sich nicht assimilieren, sondern dass sie ihre eigene Kultur haben. Das ist ja gerade alles kulturalistisch, nicht rassistisch begründet, so wie du das gerade erzählt hast. Ich rede jetzt nur einmal von der Gewaltandrohung. Staatliches Handeln basiert immer auf Gewalt. Was passiert, ich verstehe den Punkt nicht. Wenn etwas gemacht wird und das Ergebnis davon ist der Tod, dann ist das eine Tötung. Oder? Dann ist das der Vorgang des Tötens. Das ist ein gewisser Akt, den man Tötung nennt. Oder Ermordung, oder Homicide, wie auch immer. So. Wenn jetzt wir als Volk uns einer Ermordung gegenüber sehen, die orchestriert wird, also der Bevölkerungsaustausch passiert ja nicht, sondern der wird gemacht, wie Björn Höcke selber sagt. Das heißt, das Volk wird ermordet. Wenn ich persönlich, also als einzelner Mensch, von jemandem angegriffen wäre, der das Ziel hat, mich zu ermorden, dann darf ich mich wehren. Wenn ich entsprechend nachweisen kann, dass diese Person wirklich das Interesse hat, mir schwere körperlichen Schaden zuzufügen, etwa mit einem Messer auf mich zurennt, dann darf ich de facto alles machen, was ich will, um mich zu verteidigen. Dann darf ich eine Pistole ziehen, darf auf die Person schießen. Also du überträgst die individuelle Notwehrsituation auf die große Politik. Du hast total moralistisches Politikverständnis, das auch gar nicht zwischen solchen Konstellationen unterscheiden kann und du projizierst das jetzt auf Höcke und unterstellst ihm darauf basierend, dass er Leute in Vernichtungslager stecken wolle. Da habe ich das richtig verstanden. Nein, du hast es falsch verstanden. Ich führe gerne weiter aus. Jetzt gibt es manche Rechtsextreme, noch nicht Höcke, Aktivisten der neuen Rechten, die aus diesem Grund sagen, die Ermordung von Minderheiten, von dunkelhäutigen Personen, ist moralisch gleichzusetzen mit Notwehr. Das alles steckt in der Erzählung des Volkstods. Wenn man diesen Volkstod dann verbindet mit etwas, das gemacht wird, dann wird das bezeichnet oder wird das zumindest geframed als eine Ermordung des Volkes. Und diese Ermordung darf sich das Volk zur Wehr setzen. Weil es auch immer dieses Volk ist, wie auch immer diese Ermordung ausschaut. Das ist eine Art und Weise, politische Politik zu verstehen, die nur in Gewalt enden kann. Ob diese Gewalt dann eine ist, die staatlich legitimiert ist, weil die Gewalt der Nazis war staatlich legitimiert, laut den Gesetzen, die die Nazis selber verabschiedet haben. Also staatlich, sorry, da war jetzt sehr viel drin, was du gerade gesagt hast. Erstmal passiert staatliches Handeln immer auf Gewalt. Der Staat ist die Institution, die das Gewaltmonopol ausübt. Das heißt, auch Abschiebungen beispielsweise sind ein gewaltsames Vorgehen. Und das ist es meines Wissens nach, was Höcke gefordert hat. Mehr Abschiebungen. Naja, er möchte ja auch Remigration. Ja, ja. Das bedeutet, wir haben schon Menschen hier, das ist dann aber auch keine Abschiebung, weil Remigration bedeutet, dass Menschen, die hier eine Bleibeberechtigung haben, aus dem Land deportiert werden. Ja, Bleibeberechtigung, die haben sie ja nur so lange wie einen Asylgrund vorlegt. Und beispielsweise die meisten Afghanen oder Syrer, die haben ja keinen Asylgrund mehr. Also Syrien, okay, kann man sich noch drüber streiten, aber in Afghanistan ist ja der Krieg beispielsweise schon vollständig beendet. Und meinst du, ja, weil die Personen, die aus Afghanistan geflohen sind, aufgrund des Krieges, wenn die da jetzt zurückkommen, zur Taliban, nur weil der Krieg vorbei ist, ist es nicht, dass sie nicht trotzdem gesteinigt werden. Also ganz, ganz... Nochmal, Pakistan hat genau das gemacht, so eine Remigration von afghanischen Flüchtlingen. Hast du da Berichte über groß angelegte Steinigungen und wenn ja, also irgendwelche Belege, nenn uns irgendwas. Nein, es kommt darauf an, warum, weil ich weiß zum Beispiel, dass die Hürden, dass man in Deutschland oder in Europa allgemein Asyl zugesprochen bekommt, sind höher als im unmittelbaren Umland. Also ich nehme einmal an und damit du in Deutschland oder Österreich als afghanischer Flüchtling aspektiert wirst, da muss schon ein triftiger Grund vorliegen und dieser triftige Grund wäre dann auch ausschlaggebend dafür, dass du dann gesteinigst bist. Aber um das Bild noch zu vollenden, jemand, der sich... Also die hätten ja Handrechte auf Asyl. Ja, ja. Jemand, der sich dieser epochalen Rhetorik bedient, die einen evolutionären Kampf zwischen den, wie hat er es genannt, dem afrikanischen Ausbreitungstyp und dem weißen irgendwas. Wenn jemand das dann noch so auflädt, das ist ein Politikverständnis, das nur in Gewalt enden kann. Diese Gewalt fordert er natürlich nicht explizit, weil wenn er explizit sagt, hey, weil der Volkstod gemacht wird von von den entarteten Altparteien und von Joe Biden und von den Großkapitalisten, die irgendwie unser Volk, also die die Unfolge machen wollen, wenn er dann die logische Schlussfolgerung und deswegen dürfen wir uns mit Waffen gegenüber den Eindringlingen wehren. Wenn er das sagt, dann ist er glaube ich sogar im Gefängnis. Also ich glaube, das ist ein Ausmaß an Volksverhetzung, für das er sogar ins Gefängnis gehen kann. Also natürlich sagt er den stillen Teil nicht laut. Aber es ist die Einzige Die Einzige Die Einzige Die Einzige Da sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem ich ein Problem habe. Genau. Da sind wir jetzt wieder beim Anfang. Ich finde, ich habe einen guten Grund, das zu unterstellen, weil das die einzig mögliche Schlussfolgerung ist, die man daraus ziehen kann. Ich finde, dass du das nicht ausreichend oder so gut wie gar nicht belegt hast. Das war jetzt eine lange konstruierte Kette, das war jetzt Soll ich aus Handbüchern, also Solltest du vielleicht mal häufiger mit Rechten reden, ganz einfach. Und zwar ohne da jetzt bad faith reinzugehen und denen gleich das Schlimmste zu unterstellen, sondern sie einfach mal einladen und sie fragen, was sie meinen, so wie ich das gerade mit dir gemacht habe. Nein, nein, mit dem RFS, mit dem Ring der Freiheitlichen Studenten, eine rechtsextremistische Vereinigung an Studierenden, die machen häufiger mal Stress an der Uni Wien. Ich habe mit denen tatsächlich schon privat gesprochen, nicht so friedlich wie wir, wenn ich mit denen geprügelt habe, aber es war jetzt kein, vor allem, das werden wir schon angeschrien. Und die sagen genau das, also die sind wirklich, also, und lieber Agitator, man muss nicht lange suchen, um genau diese Argumentation zu finden. Man muss nicht einmal so tief graben, man muss nicht irgendwie rechtsextremistische Flugblätter aus den frühen 2000er Jahren hervorgraben, um dann irgendwo mal diese Argumentation zu finden. Nein, ist absolut gängig. Lies dir mal, lies mal vor, Jan, lies dir mal die, äh... Ja, das habe ich vor. Genau das habe ich vor. Ich werde demnächst einen Rechten einladen und mit ihm über Reimmigration diskutieren und dann werde ich ihn fragen, wie er alles meint und ja, sollte er das wollen, was du hier gerade beschrieben hast, werden wir sehen. Also deswegen... Du solltest auf das hören, was er sagt, wenn er in Normie-Foren aktiv ist, sondern du solltest auf das hören, was die sagen, wenn sie glauben, untereinander zu sein. Du solltest auf das hören, was sie untereinander schreiben, was sie wollen. Und wenn du... Okay, dann musst du vielleicht einfach noch mehr lesen, weil du musst nicht lange suchen, um genau die Argumentation, die ich gerade formuliert habe, zu finden. Aber hey, Agitator, wenn du es nicht verstehen willst, ist okay. Es gibt ja diesen schönen Satz, es ist echt schwer, einer Person etwas zu... Also eine Person dazu bringen, etwas zu verstehen, wenn der Job davon abhängt, es nicht zu verstehen. Genau das habe ich mir auch gerade bei euch gedacht. Das habe ich sogar schon zitiert, nachdem ich ein Gespräch mit einem deiner Walkie-Kollegen hatte. Das würde ich genauso zurückgeben. Aber schön, dass wir da nicht einer Meinung sind. Dass wir da nicht einer Meinung sind. Man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein, ohne sich gleich als Feinde zu betrachten. Oder würdest du es anders sehen? Man kann ja bei ganz Basic-Punkten, wie ist Höcke ein Faschist, da kann man ja ganz anderer Meinung sein. Es ist ja nicht so, als gäbe es eine... Also... Ich kann das eigentlich jetzt fast gar nicht ernst nehmen, muss ich sagen. Also du möchtest wirklich darauf beharren, dass das, was ich dir jetzt hier vorgelesen habe an Zitaten, keine faschistische Veranlagung in Höckes Weltanschauung liefern. Da bleibst du. Also ich würde sagen, einige Zitate gehen in eine kritische Richtung, aber das Belegen, was du hier gerade so stark rausposaunt hast mit Faschist und danach sogar Nazi, was ja noch viel mehr als zu Faschismus gehört, Nationalsozialismus, war ja eine sehr spezifische Form des Faschismus. Dem würde ich absolut widersprechen. Nationalsozialismus ist Faschismus mit nationalsozialistischen Kennzeichen. Das ist einerseits, dass man von Entartung und von Degeneriertheit spricht. Degeneration ist ein ganz normales deutsches Wort. Das wird auch heute noch verwendet. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen absurd. Also wirklich. Kommt auf den Kontext drauf an. Es gibt einen rechten YouTube-Kanal, der Degeneration heißt. Lad den doch mal ein. Ich würde sagen, der ist kein Faschist. Würde ich jetzt mal mich mutig aus dem Fenster läst. Nein, ich kenne seine Videos tatsächlich. Ich sehe da auch faschistische Narrative. Nicht, weil ich irgendwie ein verrückter Wookie bin, sondern weil, ja, ich meine, wenn du oft genug mit, schau her, wenn du oft genug gesehen hast, in den Vereinigten Staaten gibt es ja viele Kanäle, die auf so konservativ rechts getan haben, wo dann sich in privaten Chats herausgestellt hat, nein, das sind Nazis. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Caitlyn Bennett. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist. Die hat genau diese Schiene gefahren. Naja, aber man wird ja wohl noch also Free Speech und ich sehe mich in meiner weißen Position in der Gesellschaft bedroht, wenn hier irgendwie Whiteness verträufelt wird. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass sie in privaten Gruppen mit ihren Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, tatsächlich über die Vergasung von Juden Witze gemacht hat. Und wenn du oft genug dasselbe Muster erlebst, dass eine Person in der Öffentlichkeit... Ja, das heißt oft genug dasselbe Muster. Dir ist gerade zuerst irgendjemand aus den USA eingefallen. Also wie gesagt, ich glaube, an der Stelle kommen wir nicht mehr weiter. Ich würde sagen, es ist schön, dass wir darüber kontrovers diskutiert haben, aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Deswegen muss man sich doch nicht gleich als Feind betrachten, oder? Naja, wenn dir das tatsächlich nicht gereicht hat, zu erkennen, dass Björn Höcke ein Faschist ist, dann bist du zumindest, dann bist du im besten Fall nicht ein Feind aufgrund von Böswilligkeit, sondern dann bist du einfach eine politische Opposition aufgrund von Doofheit. Du bist dann tatsächlich der Franz von Papen, der dem Faschisten die Schlüssel zum Bundestag gibt. Und dann nach drei Monaten irgendwie überrascht bist, es war nicht Franz von Papen, das war Paul von Hindenburg, dann auf einmal überrascht bist, dass die Demokratie abgeschafft ist. Also, wenn schon nicht böswillig, dann zumindest aufgrund von, ja, das finde ich ja jetzt einen absurden Vergleich hier, mit der NSDAP zu vergleichen, wirklich völlig irre. Also, ich muss es mal so ehrlich sagen, ich bin jetzt freundlich, das hat wirklich gar nichts mit der Realität zu tun, was für einen abstrusen Film hier fahrt. Also, das hat wirklich gar nichts mit der Realität zu tun. Ich habe es jetzt immer wieder freundlich gesagt, du hast keine Belege, du hast nichts, deine komische Ideologie, um deine ganzen Unterstellungen hier zu rechtfertigen. Wer die Hochfinanz kritisiert, der meint eigentlich die Juden. Wer Volk redet, der meint eigentlich Rasse. Also, das ist irre. Das ist komplett irre. Also, da kann man keine gemeinsame Grundlage finden. So, das kann ich hier, glaube ich, zum Schluss nochmal sagen. Was? Willst du mich segieren? Was will ich nicht? Keine Belege? Segieren heißt ärgern. Willst du mich segieren? Soll ich nochmal alles vorlesen? Wie gesagt, das belegt nicht, was du gesagt hast. Es belegt, dass Höcke einige radikale Äußerungen getätigt hat. oder Äußerungen, die radikaler interpretiert werden können, als sie sich da letztlich rausgestellt haben. Aber nicht, dass er ein Nazi ist, was du behauptet hast. Ich habe sehr gut nachweisen können, wie es ideologische Verbindungsstränge von nationalsozialistischen Vorstellungen darüber, wie die Welt funktioniert, mit der Rhetorik, also wie das mit der Rhetorik von Björn Höcke heute zusammenhängt. Also, ich habe das sehr einfach, schau her, Nein. Es ist für mich so offensichtlich, dass du gerade leugnest, dass sich die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums befindet. Es ist für mich komplett offensichtlich. Das heißt, ich möchte dir die Chance geben. Möchtest du, dass ich dir das nochmal alles vorträge und dir noch letztes Mal die Chance gebe, das zu checken? Nein, wir haben es gehört. Es ist vollkommen absurd. Also, du hast keine Belege für mich zu tun. sagen, entweder checkst du es nicht. Wenn du es nicht checkst und wenn das jetzt ehrliche Unwissenheit ist, dann wäre ich, dann würde ich, bleib bei MMT, bleib bei Postkensianismus von mir aus, ich weiß nicht, wie du da zwischen den beiden stehst, mach das von mir aus, aber ich würde mich hüten, tatsächlich politisches Wissen irgendeiner anderen Form, sei es über Wokeness, sei es über Rechtsextremismus, über Linksextremismus, würde ich echt sein lassen, weil du sehr am Holzweg unterwegs bist und es ist gefährlich. Also, das, was du machst, es ist wirklich, ja, schwierig. Weil ich nicht deiner Ideologie folge und Leute cancel, die du nicht magst. Ich weiß, dass das gefährlich ist für euch. aber du solltest eindeutige Wahrheiten erkennen, wie das Björn Höcke... Das sind keine Wahrheiten. Also, das ist ja das Problem. Nein, du solltest eindeutig erkennen, dass die Ideologie von Björn Höcke sehr starke Überschneidungen, mit der der NSDAP hat, das können wir allein schon an dem, allein von dem, was er sagt, festmachen. Wenn man dann noch tiefer, also, was er unter seinem Namen sagt, festmachen. Wenn wir dann noch tiefer schauen und uns seine Vergangenheit von der Publikation unter dem Pseudonym Landolf Ladig anschauen, wo er in der NPD-Zeitung veröffentlicht hat, was er da geschrieben hat, wenn man da dann noch genauer gräbt tatsächlich, dann wird das Ganze nur noch eindeutiger. Wenn du das wirklich nicht siehst, ich will nicht sagen, es tut mir leid, weil du bist ja auch relativ stolz darauf, dass du jetzt auf jeden von meinen Punkten irgendwie sagst, nein, das sehe ich einfach nicht so. Warum? Keine Ahnung, es reicht einfach nicht. Ich habe es begründet. Deswegen ist, ja, du sagst, naja, aber es kann ja, könnte ja auch jemand von der Umvolkung sprechen, ohne ein Rechtsextremist zu sein oder ohne ein Faschist zu sein oder ohne. Und wenn ich dann noch aufzeige, dass er ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu dem Verleger seines Buches, nämlich Götz Kubitschek, pflegt, der mit Leuten zusammenarbeitet, die nochmal explizitere Dinge publizieren, auch im Ausland, wenn dir das alles nicht reicht, Also jetzt Kontaktschut zweiten Grades, nachdem Kontaktschut ersten Grades vorhin gescheitert ist, also ja, es reicht mir nicht, nein, du belegst nicht, was du sagst, das ist mein Problem. Das alles sind halt Mosaiksteine und ein Mosaikstein reicht nicht. Wenn er mal mit dem Götz Kubitschek auf einer Veranstaltung ist, dem die Hand gibt, sich fotografieren lässt, keine Ahnung, wer das ist, naja, okay, ist halt doof, ist peinlich, da wird sich die Presse darüber lustig machen, aber deswegen ist er kein Nazi. Aber wenn sich immer dieselben Vorfälle in eine lange Liste und klar belegbaren Überschneidungen zwischen ihm und dem Programm der Nazis und dann tatsächlich weiteren Strömungen der neuen Rechten aufzeigen lässt, dann ist es halt wirklich nicht mehr zu leugnen und ich finde es ekelhaft. Also ich muss persönlich sagen, man könnte fast sagen, das, was du hier machst, ist bösartig. Jetzt fang nicht da. Also wie gesagt, Gregor, war ein interessantes Gespräch. Ja, würde gerne das jetzt zivilisiert beenden. Gerne nächstes Mal über ein anderes Thema. Wir können auch mal über die MMT und Postkennzeichnismus reden. Ich glaube nicht, dass wir da so unterschiedlich sind. Nein, das wäre tatsächlich ident. Aber das ist ja auch einfach, weil die MMT halt das einfach nur beschreibt, wie es ist. Ja, genau. Da muss man jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber nochmal, das, was du machst, ist furchtbar. Ich hoffe, ich habe es jetzt für eineinhalb Stunden geschafft, das klar zu machen, ohne bösartig zu werden. Aber es tut mir leid, es ist einfach ekelhaft. Es ist ekelhaft, dass du einfache Tatsachen hier nicht erkennen willst und es ist nazifahmlos. Es tut mir einfach leid. Hey, danke. Gut, dann gehen wir eben nicht freundlich auseinander. Ich sage es dir, ihr behandelt jeden als Feind, der eurer totalitären Ideologie irgendwie widerspricht. Da gibt es kein Verdub. Du brauchst das auch jetzt gar nicht mehr rechtfertigen. Also das ist völlig irre, mir Nazi verharmlos, um vorzuwerfen. Du belegst dafür deine Aussagen nicht und wenn der andere dann sagt, du belegst deine Aussagen nicht, dann verharmlos der andere Nazi. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich möchte freundlich bleiben zum Schluss. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich habe auch schon angefangen, die Leute rüberzureiden. auch würde ich sagen. Ich finde, ich bin freundlich geblieben. Ich habe dich jetzt nicht beschimpft. Nazi verharmlos. Nein, es ist eine Tatsachenfeststellung. Wenn du das als Beleidigend empfindest, dann tut es mir leid. Dann solltest du dich anders verhalten. Ich finde nicht, dass das jetzt irgendwie unangemessen war, anhand von dem, was hier jetzt passiert ist. Ich lege dir nahe, das zu überdenken. Du bist auf dem Holzweg.